Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt ist Berger, der Platz, Kedira, 2 zu 1, Führung. Und jetzt, jetzt ist das Ziel raus! Der VfB ist Deutscher Meister! Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf den Grill in die Ecke gekommen. Und er ist nicht! Und er ist nicht! Herzlich willkommen zu VfB STR, mein Name ist Ricky Palm und live aus Beutelsbach zugeschalten ist Sebastian Rose. Hallo Sebastian! Hallo Ricky! Sebastian, wir ziehen hier voll durch. Seit dem Start von VfB STR senden wir mindestens eine Folge pro Woche. Und nachdem wir in dieser Sommerpause so viele tolle Gäste begrüßen durften, biegen wir allmählich Richtung Regelbetrieb ab. Wie fühlt sich das an für dich? Also ich freue mich immer total, wenn wir ein bisschen Pause haben vom Spielbetrieb und wirklich mal Gäste begrüßen dürfen oder zu Gast sind tatsächlich, wie letzte Woche. Hat richtig Spaß gemacht, aber ich freue mich jetzt auch, wenn es dann endlich richtig losgeht. Und jetzt nächsten Samstag geht es dann wieder los mit dem Testspiel gegen Bilbao, dann kommt der Supercup und dann kommt schon wieder die Bundesliga. Und ich habe wirklich Bock drauf und freue mich, dass jetzt so langsam der Grind wieder beginnt. Ja und mindestens einen Gast werden wir in der kommenden Woche noch begrüßen dürfen. Das ist zumindest geplant. Vielleicht schaffen wir es auch noch einen weiteren Gast hier mit an Land zu ziehen. Mal gucken, wie das so läuft. Aber heute, Sebastian hat es schon gesagt, geht es natürlich nochmal um die ganz normalen Sommerpausenthemen. Zum Beispiel Testspiele in Japan. Der VfB trifft erneut fünfmal. Wir werden uns das Testspiel vielleicht nicht nochmal komplett angucken, aber so ein bisschen darüber sprechen, was dort passiert ist. Und wir finden natürlich heraus, wer waren die Gewinner des Trainingslagers und wie sieht eigentlich die aktuelle Top 11 aus? Denn es gab ja durchaus ein paar Überraschungen. Gerade was die zweiten Halbzeiten in Japan betrifft, gab es immer mal wieder Spieler, die auf sich aufmerksam machen konnten, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte. Die gehen wir natürlich heute auch mit euch durch. Was nicht fehlen darf in der Sommerpause, Transfer-Update. Undarf-Update würde ich es fast schon nennen. Das obligatorische. Die Show geht weiter, könnte man fast schon sagen. Die Shit-Show, ja. Ja, leider Gottes ist es so. Dann haben wir das Thema Trainer des Jahres auf dem Tableau. Da schauen wir mal, welchen Platz Sebastian Hoeneß einnehmen durfte. Ich glaube, eine große Überraschung können wir nicht mehr liefern, aber egal, wir haben es mit drin. Auswärtstrikot. Es wurde released wie von uns prognostiziert auf der Japan-Reise. Also wir reden kurz drüber, wie gefällt es dir, Sebastian? Wie gefällt es mir? Wie gefällt es euch? Ihr könnt so die Kommentare schreiben. Das NLZ ist schon, ja, voll dabei, muss man sagen. Die U21 mit einem, ich würde sagen, erfolgreichen Auftrag. Achtungserfolg, ja. Ja, absolut. Die U19 auch. Also auch da schauen wir hin. Und der VfB ist nicht nur mit seinem NLZ erfolgreich. Nein, auch bei Olympia. Auch da gibt es was zu berichten. Ja, schon zwei Medaillen sicher, ne? Also muss man sagen. Also richtig erfolgreich. Großartig. Und zwei Final-Teilnahmen. Also die noch ausstehen, muss man sagen. Werden wir euch nachher erklären. Freut euch drauf. Und, Sebastian, wir haben einen neuen Präsidenten, wenn auch nur interimistisch. Dietmar Allgeier ist es geworden. Wer ist Dietmar Allgeier? Wir werden es euch sagen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Dann natürlich noch der obligatorische Hinweis, kurz bevor wir hier in Medias Rees gehen. Wenn euch VfB-STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade über YouTube dabei seid, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wie immer natürlich die Glocke nicht vergessen. So sieht es aus. Mit diesen Likes und so weiter. Wir sagen das jedes Mal. Es ist leider immer noch so wichtig wie eh und je. Also solltet ihr jetzt gerade auf YouTube dabei sein, dann klickt doch kurz diesen blöden Daumen an. Und ich wäre auch froh, wenn es ohne ginge. Aber geht nicht. Sebastian. Ja, das ist unsere Währung. Tatsächlich. Also unser Erfolg wird auch ein Stück weit bemessen. Und das tatsächlich in Likes und in Glocken und in Klicks und in Kommentaren. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ich war persönlich total dankbar. Wir hatten letztes Mal, als wir remote aufgenommen haben, euch gefragt, ist es okay? Stört euch das? Und die einhellige Meinung war, nee, also das passt schon. Und das macht es uns natürlich auch ein Stück weit einfacher, gerade Folgen wie heute, dann remote aufzunehmen. Und ich denke, wir haben mittlerweile eine ganz gute Lösung gefunden, auch technisch. Ich will es nicht jinxen. Ich hoffe, die Aufnahme passt. Aber nee, das ist dann wirklich gut, weil dann können wir auch mal von zu Hause aufnehmen. Gehe ich komplett mit. So, dann kommen wir zum Test gegen Hiroshima. Sebastian, hast du es dir angeschaut? Ich habe es tatsächlich im Homeoffice so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Und gefühlt stand es die ganze Zeit eins zu eins und am Ende stand es mal fünf zu zwei. Also das war so mein Eindruck. Ich habe mir natürlich die Tore und Zusammenfassung nochmal angeguckt. Also wir können uns drüber unterhalten auf jeden Fall. Das klingt gut. Es war auch super interessant, wenn du mich fragst. Also das war ein Test, der ja schon ein paar Dinge offenbarte, über die wir natürlich jetzt reden werden. Man muss sagen, also der Gegner hatte ja schon auch ein gewisses Niveau. Ja, Platz fünf in der J-League, Sanfretchen, Hiroshima. Jetzt kann ich den Namen auch richtig aussprechen. Das ist der Name des Gegners gewesen. Und damit wurde die Japan-Tour so ein Stück weit ja beschlossen. Und was ich noch spannend fand, was ich im Vorfeld gar nicht so richtig mitbekommen habe, dass dieses Label-Peace-Match nicht einfach nur so ein guter Spruch ist, so wie der Aktionsspieltag bei diversen DFL-Aktionen eben, sondern dass da so richtig was aufgefahren wurde. Also Ziel war es wohl mit diesem Match, die Botschaft des Friedens in die ganze Welt hinaus zu tragen. Es gab eine Ansprache beider Kapitäne. Das kennen wir jetzt auch von der DFL. Aber irgendwie hatte die ein bisschen mehr Wumms, wenn du mich fragst. Atakan Karasor und Sho Sasaki standen da und haben weise Worte gewählt, behaupte ich jetzt einfach mal. Und außerdem, und das war wirklich bewegend, wenn du mich fragst, wurde die Hiroshima-Peace-Glocke als Zeichen für den Weltfrieden geläutet. Und in diesen Zeiten sollte man ja fast nicht mehr aufhören, diese Glocke zu läuten. Aber das hatte schon einen Eindruck gemacht, wenn du mich fragst. Ne, es war, wie soll ich sagen, gesellschaftlich, glaube ich, ein schönes Signal. Und wir hatten ja auch bei unserem Termin beim VfB mal wieder angemerkt, naja, so richtig nachhaltig ist die ganze Reise ja nicht. Aber da wurde uns auch gesagt, naja, man darf ja nicht nur den Umweltaspekt sehen, sondern muss auch den sozialen Aspekt sehen. Und ich finde, da hat der VfB auf dieser Reise wirklich viel bewegt. Man hat da Kontakte geknüpft und ich bin, da mache ich keinen Hehl draus, kein Freund von diesen Auslandsreisen in ferne Länder. Aber ich finde, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, der VfB hat aus dieser, aus meiner Sicht, fehlgeschlagenen USA-Reise gelernt und hat es in Japan wirklich viel, viel besser gemacht. Hat vorher geplant, was man machen möchte. Und es war wirklich eine runde Sache. Und ja, das war ein Stück weit schon auch bewegend. Also, was vor dem Anpfiff da in Hiroshima dann passiert ist, ne, fand ich gut. Ja, es waren auch relativ viele Fans da für so ein Testspiel. 20.000 Mann und Frauen natürlich auch, waren im Stadion. Ich glaube, knapp 30.000 passen rein. Also, war schon gut ausgelastet für so ein Testspiel, würde ich sagen. Und wir können uns ja mal die Aufstellung anschauen, die Sebastian Hoeneß gewählt hat. Der VfB startete mit Alex Nübel im Tor. Franz Kretzig auf der linken Seite, Jeff Chabot, Anthony Rouault in der Innenverteidigung. Man spricht Französisch. Pascal Stenzel, Rechtsverteidiger. Das war die Viererkette. Davor spielten dann Angelo Stiller und Atakan Karasor. Über den linken Flügel kam Justin Diehl. Die rechte Seite besetzte Silas und das Angriffsduo bildeten Ermedin Demirovic und Jamie Leveling. Das sieht schon, ja, ganz verheißungsvoll aus. Ziemlich nah an der Stadttelf, oder? Ja, ich meine jetzt die Nationalspieler, die fehlen ja noch. Und so ein normaler Leveling auf der 10, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist das jetzt eine Mannschaft, wenn du damit in die Bundesliga gehst, dann habe ich jetzt auch keine Riesenbausperzen. Aber ich freue mich natürlich auch darauf, wenn Leute wie Chris Führig oder Maxi Mittelstädt dann noch zum Kader zurückstoßen. Also was mir sehr früh auffiel, war das Tempo von Justin Diehl. Also das war richtig gut. Und ich habe mir sofort gedacht, Mensch, schnelle Verlagerungen auf die linke Seite, das könnte ein Mittel werden, das der VfB anwenden wird in der kommenden Saison, um Gegner zu nerven. Das kannst du natürlich jetzt auch schon mit Chris Führig machen, wobei der jetzt keine so hohe Endgeschwindigkeit hat, sondern dann eher über die Andrittsschnelligkeit kommt. Aber den Deal, den kannst du ja da runterjagen, noch und nöcher. Also das war schon beeindruckend, was er da für ein Tempo mitbringt. Den kannst du auch antribbeln lassen, ähnlich wie es ein Chris Führig macht, ja. Hat da schon auch sein Tempo. Was da vielleicht dann noch etwas besser werden muss, ist die Übersicht, ja. Also der strengt sich manchmal zu spät vom Ball. Geht dann auch vielleicht manchmal Wege, die man so nicht gehen würde, wenn man, ich sag mal, relativ zügig versucht, zu einer Entscheidung zu kommen. Also da sind wir wieder beim Thema Chris Führig, aber vielleicht muss er das noch lernen. Insgesamt bin ich mir aber sicher, dass der Typ seinen Weg machen wird. Also ich glaube, der kann komplett steil gehen bei uns. Also er macht wirklich einen guten Eindruck und Tempo ist ja ein Asset, wenn du das mal hast. Das ist schon richtig, richtig gut. Und die Parallelen zu Chris Führig sind ja unübersehbar. Also Potenzial ohne Ende, dann teilweise noch mit Problemen in der Entscheidungsfindung. Und ja, und die zwei dann auf links als Konkurrenten zu haben, das ist schon eine spannende Angelegenheit. Aber man kann schon sagen, dass Justin Diel beim VfB zumindest in den Testspielen keine Anlaufschwierigkeiten hatte. Also der hat sofort gezündet halt. Und wenn er das umsetzen kann, was er jetzt in der Vorbereitung gezeigt hat, dann auch im Regelspielbetrieb, dann wird das, glaube ich, richtig cool. Sein Pendant auf rechts, Silas, macht es in der Vorbereitung auch richtig gut. Wirkt, wenn du mich fragst, fokussierter als sonst, griffiger, ein bisschen aufmerksamer auch. Also Erwachsene würde ich fast schon sagen. Also Silas hat mir bislang auch richtig Spaß gemacht in der Vorbereitung. Und ich sagte es ja bereits letzte Woche, Silas hat für mich aktuell die Nase vorn gegenüber Jamie Leveling. Und daran änderte auch die Vorlage nichts, die Jamie für Angelo Stiller ablieferte. Wobei man da ja auch sagen muss, Jamie hatte noch etwas Glück, dass sein geblockter Schuss überhaupt den Weg zu Angelo fand. Bei Angelo Stiller habe ich mich tatsächlich darüber gewundert, dass er überhaupt keinen Jetlag zu scheinen hatte. Also der kommt in die Mannschaft. Du erkennst sofort eine ganz andere Struktur. Der VfB ist wieder dominant im Mittelfeld. Angelo Stiller ist de facto ein Gamechanger. Und das lag jetzt nicht nur an seinem Treffer, den er erzielen konnte, der auch noch richtig gut war in der 19. Minute. Wie hast du Angelo gesehen? Nee, Wahnsinn. Der kommt halt rein und ist sofort für das Metronome im Mittelfeld, der Taktgeber, der Dirigent. Keine Ahnung. Name it. Also das ist halt Wahnsinn. Und er ist so unfassbar wichtig im Mittelfeld. Und Atakan Karasor und Angelo Stiller. Ich glaube, egal, wir werden hier noch darüber reden, wie die Startelf aussehen könnte für die Bundesliga und für den Supercup. Aber ich glaube, die zwei, die sind halt einfach mehr als gesetzt. Und Stiller ist halt unfassbar wichtig. Und ja, der braucht auch keine Anlaufschwierigkeiten. Also das hat das Spiel dann in Hiroshima auch wieder gezeigt. Ja, es war richtig stark von ihm. Über Jamie Leveling können wir vielleicht nochmal zwei Sätze verlieren. Du hast gerade eben schon so anklingen lassen, dass du vielleicht nicht ganz so glücklich warst mit ihm als Undarf-Ersatz, als hängende Spitze. Was mir da gut gefallen hat, waren die ein, zwei Versuche, die er von außerhalb der Box abgegeben hat. Die fand ich eigentlich ganz gut. Ansonsten hat dich Jamie Leveling nicht so überzeugen können. Da habe ich das richtig rausgehört vorhin. Ja, ich denke halt, das Zentrum ist halt nicht unbedingt seine Paraderolle. Also wir haben es in der letzten Saison gesehen, wenn er über rechts kommt oder auch über links, über den Flügel mit seiner Geschwindigkeit und auch mit dem Mut, dann in den Zweikampf zu gehen, da finde ich ihn dann deutlich stärker als im Zentrum, wo du halt einen Spieler brauchst, der, würde ich jetzt sagen, mehr Übersicht als Tempo benötigt. Und bei Leveling sehe ich das eher andersrum. Ich gehe, glaube ich, mit, ja. Also ich finde ihn natürlich auch stärker auf rechts, wobei wir werden nachher noch darüber diskutieren, er es momentan echt schwer haben wird, an Silas vorbeizukommen. Und dann hast du ja noch einen Insumio, ja, den du auch auf rechts stellen kannst. Also ich glaube, Jamie muss sich richtig, richtig strecken, sehe da aber natürlich durchaus noch die Möglichkeit, dass er uns wieder überraschen kann. Weil ich glaube, auch im letzten Jahr haben jetzt nicht alle damit gerechnet, dass Jamie Leveling derart nach vorne geht, so wie er es dann in der Rückrunde getan hat. Also mal gucken, was da noch so kommen wird, was man vielleicht noch zum VfB an sich sagen kann. Wir haben ja letzte Woche über das Spiel gegen Kyoto gesprochen, da hat der VfB die erste Halbzeit komplett verscharfen. Das passierte diesmal nicht, also sie machten einen deutlich besseren Eindruck als noch gegen Kyoto. Und das war nicht erst nach dem Treffer so, sondern eigentlich auch schon davor. Bei Ermedin Dimirovic, gut, der hat jetzt immer noch kein Tor erzielt, bin ich aber auch so weit, dass ich sage, okay, der kommt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass er mich völlig überzeugt hat bislang, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Hatte in der 20. Minute mal eine große Gelegenheit, da verpasste er knapp. Aber ich habe so das Gefühl, nach und nach versteht er, was Sebastian Hoeneß von ihm möchte, bekommt das besser hin mit diesem Hoeneßball, der sich natürlich nochmal unterscheidet von den Spielen, die er zuvor für Augsburg und für Jess Torup machen musste. Wie gesagt, ich möchte es nicht schönreden, wirklich überzeugen konnte er noch nicht, keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass er so nach und nach diese Abläufe besser verstehen wird und dann auch zukünftig eine Verstärkung darstellen wird. Keine Frage. Wie siehst du aktuell den Stand bei Ermedin Dimirovic? Ich meine, wir hätten uns natürlich alle erhofft, dass er in ersten Testspielen gleich eine Kiste nach der anderen erzielt. Ist nicht passiert. Ich fand jetzt bei dem Tor von Angelo Stille, was wir gerade angesprochen haben, da blockt er vorher richtig gut weg, damit Stille halt komplett frei ist. Aber er muss sich erst reinfinden. Und wie du gesagt hast, man merkt deutlich, er hat da keine Anpassungsschwierigkeiten. Aber es dauert seine Zeit. Und deswegen sehe ich auch die Japan-Reise so ein Stück weit kritisch, weil es halt nicht so viele Gelegenheiten gibt, einen Dimirovic halt dann komplett ans VfB-Spiel heranzuführen. Du hast halt die Testspiele. Ich weiß jetzt nicht, wie der Trainingsbetrieb aussieht. Ich denke, der wird auch eher dann sporadisch ausfallen. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch noch das ein oder andere Spiel in der Bundesliga braucht, bis dann ein Dimirovic halt komplett beim VfB integriert ist. Aber er ist ein guter Spieler. Er ist ein intelligenter Spieler. Er wird das hinbekommen. Aber es wird etwas dauern halt einfach. Er hat dann, wir werden hinterher noch über Dennis Undorf sprechen beim Transfer-Update, noch nie mit Dennis Undorf zusammengespielt. Vielleicht wird er nicht mit ihm zusammenspielen. Vielleicht wird er doch mit ihm zusammenspielen. Also es bleibt halt wirklich spannend. Und ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der VfB die ersten Spiele der neuen Saison braucht, um sich noch zu finden. Und das wird dann vielleicht auch nicht so super erfolgreich werden. Was man eben jetzt schon erkennt, er spielt es anders als Zeru Girassi. Und dementsprechend wird, glaube ich, auch Sebastian Hoeneß das Spiel etwas verändern und anders anlegen, als das mit Zeru vorne drin war. Ich sehe da aber jetzt kein großes Problem. Das Einzige, was mir aufgefallen ist jetzt gegen Hiroshima, war, dass es so Phasen gab, da wirkte Dimirovic frustriert. Und ich hoffe natürlich, dass ich mich da vielleicht auch einfach getäuscht habe und er gar nicht frustriert war, sondern, weiß ich nicht, einfach nur mal eine schlechte Minute hatte oder so. Weil da sehe ich halt dann schon Schwierigkeiten, wenn die Körpersprache nachlassen sollte und so. Das wirkt sich dann schon auch auf die Mitspieler aus. Aber eigentlich ist er ja überhaupt nicht der Typ. Deswegen, wir sind hier optimistisch und gehen davon aus, dass Ermedin Dimirovic am Samstag im Testspiel gegen Bilbao zum ersten Mal für den VfB treffen wird. Und wenn er es nicht da machen wird, dann gegen Leverkusen. Alle Mal. So, das haben wir jetzt hinterlegt und darauf könnt ihr euch dann später beziehen, wenn es nicht eintritt. Ich möchte noch kurz was zum Spiel in der ersten Halbzeit des VfB sagen, was mir wirklich gut gefallen hat. Deutlich mehr Vertikalität im Spiel, deutlich mutiger, auch ballsicherer als in vielen Tests zuvor, muss ich sagen. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal moniert, möchte ich fast schon andeuten, dass der VfB Stuttgart einfach nicht so diese Überzeugung in seinem Offensivspiel hatte, dass wir noch kannten aus der vergangenen Saison. Und auch das ist natürlich dem geschuldet, dass da ein paar Stützen fehlen, weggebrochen sind, also gewechselt sind. Da müssen wir, glaube ich, wirklich, und du hast es jetzt schon vorhin auf den Punkt gebracht, Geduld beweisen. Und dann wird das nach und nach kommen. Wenn man was Negatives rausstellen möchte, dann vielleicht die Schwierigkeiten, die der VfB damit hatte, die Tiefe zu verteidigen. Also es gibt immer mal wieder Momente, da gelang es Hiroshima mit Schnittstellenpässen schnell hinter die letzte Kette zu kommen. Das stellen wir uns dann nicht immer clever an. Das ist aber ein Problem, das wir auch schon in der vergangenen Saison hatten, aber dann das irgendwie immer noch gut verteidigt bekommen haben. Auch hier würde ich sagen, ist alles eine Frage der Abstimmung. Also ich bin wirklich optimistisch, dass der VfB sich da auch noch steigern kann, dass die Abwehrreihe sich findet. Ich meine, auch da wird es noch Veränderungen geben. Die beiden Außenverteidiger werden jetzt wahrscheinlich nicht die meisten Minuten bekommen, sondern Kretzig ist der Herausforderer für Mittelstadt. Stenzel, gut, da weiß man es nie so genau. Also wenn der beste Stenzel auf dem Feld steht, dann kann er uns auch überraschen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass Wagnermann und Stergio eher die Nase vorne haben. Werden wir mal sehen. Und dann ist natürlich die große Frage, bekommt Jeff Chabot noch einen anderen rechten Innenverteidiger zur Seite gestellt? Oder bleibt es bei Anthony Rouault? Also ich glaube, wenn die Absprache sich hier verbessert untereinander, dann lassen auch die kleinen, muss man ja sagen, Fehler nach. Ansonsten habe ich nicht allzu viel zu monieren. Ist dir noch etwas besonders Negatives aufgefallen in diesem Test? Nee, aber du hast dann zum Beispiel gesehen, beim Ausgleich von Hiroshima, ich glaube in der 55. war das, da stellt sich dann Jeff Chabot im Zweikampf nicht so super clever an. Und auch da stimmt dann die Abstimmung dahinter auch nicht. Also er läuft dann halt zurück, aber der Torschütze von Hiroshima ist dann halt relativ frei. Also das sind so Sachen, Zweikampfverhalten, Abstimmung. Und ich glaube, das wird sich wirklich einspielen müssen. Und ich glaube auch, wir werden auch in der Bundesliga-Saison solche Tore sehen, wie gegen Hiroshima. Und wir können ja nur hoffen, dass der VfB dann auch fünf Tore schießt. Dann kann man auch mal eins kassieren. Aber wir haben in der Abwehr ein komplett neues Gerüst ein Stück weit. Und die werden sich wirklich finden müssen. Und die Saisonvorbereitung, die war sicherlich nicht optimal, so wie sie sich ein Trainer vorstellt. Du hast halt die Europameisterschaft, du hast Olympia, du hast die Japan-Reise. Also da gibt es halt relativ wenig Zeit, um sich halt konzentriert einzuspielen. Dann weißt du noch nicht mal, du hast gerade gesagt, ist Rouault überhaupt unser rechter Innenverteidiger? Oder kommt da noch jemand? Wenn der kommt, dann hat er auch mit anderen noch nie zusammengespielt. Also das wird ein holpriger Saisonstart, denke ich. Verein für Spektakel, das ist unsere Prognose an der Stelle. Aber das geht den anderen 17 Mannschaften auch nicht anders. Wenn ich jetzt lese, ob jetzt Jonathan Tah für Leverkusen oder für Bayern spielt, weiß halt auch niemand. Also insofern, der VfB steht ja nicht ganz alleine da mit dieser Unsicherheit, was die Aufstellung angeht. Ja, also ich bin auch nicht komplett pessimistisch. Das wollte ich jetzt damit auch nicht durchklicken lassen. Gucken wir wieder aufs Spiel. Zur Halbzeit wechselte Sebastian Hoeneß fünfmal. Für Nübel kam Bredlow, für Kretzig Cissé Keitel ersetzte Atta. Chong kam für Diehl und Olivier für Stenzel. Alles positionsgetreu. Später gab es dann noch ein paar Verschiebungen. Der Ausgleich, du hast es gerade schon angesprochen, brauchen wir nicht nochmal machen. Also das sah der VfB eben nicht gut aus. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt, da ging es zu leicht. Man konnte sich relativ einfach durch unsere letzte Reihe spielen. Und dann ist es Nakajima, der aus 16 Metern satt ins rechte Eck traf. Und wie gesagt, da finde ich vier, fünf Punkte, wo ich sage, okay, das geht hier gar nicht. Aber dafür sind auch die Tests da, um das am Ende mal abzuchecken, wo sich was wie verbessern muss. Und wir haben es ja gerade eben aufgezählt. Es kamen auch jede Menge neue Spieler rein. Und dass ich da erstmal so ein bisschen wieder was finden muss, ist, glaube ich, auch verständlich. Kurz nach dem Ausgleich wechselte unser Trainer erneut durch. Und jetzt kam es auch zu diesen von mir gerade eben schon prognostizierten Positionsverschiebungen. Fangen wir vorne an. Castanaras kam für Demirovic. Nick Woltemade übernahm die linke Halbspur. Dafür rückte Chong auf die Zehn und Leveling verließ den Platz. Ömer Beyaz und Samuile Di Benedetto übernahmen die Doppel-Sechs. Stiller ging raus. Und Yannick Keitel rückte in die Innenverteidigung. Für ihn machte dann Anthony Rouault Platz. Ramon Hendricks rückte für Jeff Chabot auf die linke Innenverteidigerposition. Und auch Henri Chase wurde eingewechselt. Ging auf die Rechtsverteidigerposition. Und Christopher Olivier übernahm die rechte Seite von Silas, der ebenfalls runter musste. Genau, man merkt schon mittlerweile, also als Bundesligaspieler 2024 musst du polyvalent sein. Also wenn du nur eine Position spielen kannst, dann hast du, glaube ich, gar keine Chance mehr. Wenn du auf rechts spielst, dann musst du hinten vorne und ganz vorne spielen können. Also das ist mittlerweile das Anforderungsprofil. Ja, und solltet ihr nicht polyvalent denken können, das Gute ist, wir blenden diese Aufstellung natürlich ein. Dann könnt ihr sie mich direkt ablösen. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelungen ist, das alles halbwegs verständlich hier aufzudröseln. Nach den Wechseln war der VfB wieder griffiger, zeigte ein gutes Kombinationsspiel, war beisicher und hielt das Tempo wirklich hoch. Ähnlich wie gegen Kyoto kam man zu Chancen, die man dann auch nutzte. Ömer Beyaz bestätigte, wenn du mich fragst, seine absolut gute Form und traf in der 63. Minute nach einem schönen Abschluss von außerhalb der Box zum 2 zu 1. Sehr guter erster Kontakt auch da von Ömer. Der gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen, Sebastian. Und wir können gleich noch, wenn du magst, über Ömer Beyaz zwei Sätze verlieren. Aber er war auch beteiligt in der 68. Minute, als er nämlich im eigenen Drittel den Ball eroberte, durchsteckte auf Voltemade, der dann Kastanaras stark bediente. Und Thomas profitierte dann davon, dass der Keeper von Hiroshima, ich glaube seine Sprinterqualitäten etwas überschätzte, den Ball erlaufen konnte. Und dann aus ungünstiger Position trotzdem zur 3 zu 1 Führung ins Tor traf. Das war eine richtig starke Aktion von Beyaz, Voltemade und Kastanaras. Willst du noch was zu Ömer Beyaz ergänzen? Ja, möchte ich denn. Also ich mag wirklich nichts mehr als so Comeback-Stories. Und wenn ein Spieler zu einem Klub kommt, dann da nicht zündet, eigentlich schon abgeschrieben ist, zurück in die Türkei wechselt, dann wieder kommt und denkt, ja, der kommt halt hier hin, um dann wieder wegzugehen. Und dann beweist er sich in Testspielen. Ich finde das komplett großartig. Und der Aufschritt in Hiroshima, der war wirklich gut. Dieser Distanzschuss, der war brillant. Und du hast gesagt, der passt dann auf Voltemade, dessen Pass dann auf Kastanaras auch wiederum brillant war. Und auch der Abschluss von Kastanaras war echt nicht einfach. Also er ist weit weg vom Tor. Der Winkel ist relativ schwierig. Den muss man erst mal machen. Und wenn Ömer Beyaz sich irgendwie Chancen erarbeiten könnte, in der Bundesliga für den VfB eine Rolle zu spielen, dann fände ich das komplett großartig. Weil auch da hat man wieder gesehen, beim Testspiel, das Potenzial hat er. Er muss es halt nur abrufen. Er hatte beim VfB einen super schwierigen Start, wissen es alle noch, gekommen. Nicht spielberechtigt für die U21. Deswegen bei den Profis keine Chance. Bei der U21 konnte er nicht spielen. Deswegen keinerlei Spielpraxis. Er konnte sich nicht ranarbeiten. Zurückgewechselt in die Türkei. Da Spielzeit gesammelt. Und jetzt kommt er zurück. Scheint ein Stück weit gereift zu sein. Und wenn er, wie gesagt, für den VfB eine Rolle spielt, ich fände es großartig. Ich auch. Also ich mag ihn auch. Und ich mag vor allem, dass er immer dran geblieben ist. Und man sieht es ja auch, wie er an sich gearbeitet hat. Er ist breiter geworden. Er ist einfach physischer geworden. Er ist auch genauer geworden an seinen Aktionen. Denn ich kann mich erinnern, als er in Stuttgart trainierte in der vergangenen Sommerpause, war er immer irgendwie so auch, ich weiß nicht, die Körpersprache hat mir einfach nicht gefallen. All das ist weg. Also der ist da. Und er möchte sich empfehlen beim VfB Stuttgart und natürlich für andere Vereine. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, dass er jetzt vielleicht in den Vorbereitungsspielen noch ein paar Prozentpunkte mehr drauflegt, als vielleicht andere Spieler, die jetzt gar nicht die Ambitionen haben, nochmal irgendwo hinzugehen und so eine Japanreise einfach als lästige Pflicht runterspielen möchten. Also mir gefällt er sehr gut, muss ich sagen. Natürlich jetzt kein Kandidat für die Startelf, aber durchaus für den erweiterten Kader. Also den habe ich definitiv im Auge. Genau, und die Position, die er begleitet, ist ja auch relativ dankbar, sage ich mal. Denn wir haben Stiller und Karasor und sonst erstmal nichts. Also da ist ja... Keitel, Keitel nicht zu vergessen. Genau, aber da ist ja niemand, wo man sagt, also da ist ein Challenger für die zwei. Du hast einen Keitel, du hast einen Di Benedetto, du hast einen Ömer Beyers, aber die sind ja alle auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also Keitel nochmal eine Stufe drüber, denke ich. Aber trotzdem hast du auf der Position im Stuttgarter Kader, glaube ich, relativ gute Perspektiven, weil du halt die zwei Platzhirsche hast und dahinter ein offenes Feld erstmal. Und insofern, ja, mich würde es total freuen, wenn er da rankommt. Du hast gesagt, also er wirkt irgendwie erwachsen. Also in seinem Auftreten, in seiner Spielweise, in seiner Statur, in allem einfach. Es scheint so, als ob er einfach erwachsen geworden ist und jetzt eine ernsthafte Rolle spielen kann für den VfB-Kader. Fabi Bredlow fand ich auch ganz okay, konnte sich ein-, zweimal auszeichnen. Lag auch daran, dass wir wirklich ab der 60. Minute einen offenen Schlagabtausch zwischen dem VfB und St. Frecce beobachten konnten. Auch da möchte ich vielleicht nochmal eine kleine Kritik üben an unsere letzte Kette. Ja, also die Viererkette hinten, da gab es manchmal wilde Querpässe. Ja, also die kann man sich dann in der Bundesliga definitiv schenken. Führte jetzt hier auch nicht zu Gegentoren. Und ja, auch Fabi Bredlow konnte das 3 zu 2 nicht verhindern, dass Markus Junior durch schlichtweg einen Traumfreistoß ins rechte Eck erzielte. Das war echt nochmal ein Highlight, muss man sagen. Überhaupt die Tore, die gefallen sind, waren alle wunderschön. Ja, ich glaube für die 20.000 im Stadion war es wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Und der Freistoß war einer von der Sorte, wo du dich fragst, der muss doch abgefälscht gewesen sein. Nee, war er nicht. Also er legte ihn halt wirklich richtig, richtig gut ins Eck. Also einfach gut geschossen. Und ich glaube, Fabi Bredlow, ja, komplett chancenlos. Und es ging danach nochmal ab. Hiroshima zog nochmal an, kam immer wieder in die gefährlichen Räume. Aber ja, profitieren konnten sie davon nicht. Die Abstände in unserer Defensive gefielen mir da nicht immer. Aber auch hier, ich sage es nochmal, Benefit of the doubt. Ja, also unsere Jungs werden nicht oft so zusammen auf dem Platz stehen. Und da kann natürlich auch mal was schief gehen. Und da braucht jetzt keiner groß überrascht sein, dass es vielleicht dann nicht ganz so schwer war, für Hiroshima gewisse Räume zu attackieren. Ich sagte es bereits, am Ende konnten sie davon nicht mehr profitieren. Stattdessen stellte Nick Woltemade nach 79 Minuten auf 4 zu 2. Richtig guter Diagonallauf davor von Wu Yong Chong, der sich den Assist holte, muss man sagen. Kastanaras übrigens auch mit einem guten Laufweg. Ja, zog gut die Mitte frei. Und zwar für Wu und für Nick Woltemade. War richtig gut, ein guter Move, wenn du mich fragst. Und danach, wolltest du noch was zum Tor sagen? Oder kann ich direkt aufs nächste Gesprächsthema übergehen? Nee, nee, geh weiter. Also wirklich schönes Tor, aber... Okay, brauchen wir jetzt nicht totsprechen. Man sieht es ja auch auf YouTube. Also wenn ihr es nochmal anschauen wollt, hüpft rüber auf YouTube, auf Spotify übrigens jetzt auch. Danach wurde, also nach dem Tor, wurde Max Herwart für Effe Korkut eingewechselt. Über Beers und Thomas Kastanaras räumten dafür das Feld. Korkut übernahm die linke Seite. Woltemade ging für Kastanaras auf die neun. Herwart übernahm den linken Innenverteidigerposten. Dafür ging Hendricks auf den rechten Innenverteidigerposten. Und Keitel übernahm die sechs. Von Beers bei Thomas Kastanaras konnte man so eine gewisse Frustration feststellen, als er vom Feld musste. Ich glaube, der hätte gerne noch weiter gespielt. Hat ja auch ein gutes Spiel gemacht für die paar Minuten, die er bekommen hat von Sebastian Hoeneß. Dennoch, den Schlusspunkt setzte Musa Cissé, der es auch wieder richtig gut machte, muss man sagen. Max Herwart holte sich hier mit einem schönen Chipball auf Musa den Scorer-Punkt und Cissé dann mit seinem Tempo, aber auch mit der Balance und mit dem Durchsetzungsvermögen blieb cool, schob ins rechte Eck ein. Fünftes Ball, Sebastian. Genau, also hat er sich belohnt für seine guten Testspielauftritte. Ich glaube, der Torwart von Hiroshima sah da jetzt nicht so richtig glücklich aus, weil ich glaube, das kurze Eck darfst du da nicht auflassen. Aber trotzdem, also wie Cissé dann in der Nachspielzeit oder kurz vor Schlussschiff da nochmal in Vollsprint geht, sich den Ball holt und dann einnetzt. Richtig schön. Und auch er, genau wie Ömer Beers, schon relativ lange beim VfB in der zweiten Mannschaft schon gute Leistung gezeigt. Und ich glaube, er schiebt sich so langsam ran an den Kader der Profis. Also würde mich wundern, wenn er in der nächsten Saison Bundesliga-Minuten sammelt. Ja, also habe ich auf dem Schirm. Keine Frage, vielleicht muss er ein bisschen darauf hoffen, auch wenn das gemein ist, dass vielleicht mal ein Kretzig nicht spielen kann oder ein Mittelstand aufgrund einer Gelbsperre oder so passen muss. Aber sehe ich genauso wie du, der ist dran. Der hat sich richtig entwickelt, muss man sagen. Ich weiß noch, als ich ihn hier mit der zweiten Mannschaft, ja, mit dir zusammen immer wieder beobachtet habe. Ja, auf der Waldo haben wir ihn ganz oft gesehen, glaube ich. Ja, wir haben, glaube ich, schon so oft darüber gesprochen. Dann hat man schon immer gemerkt, okay, der hat was, keine Frage, Tempo, alles da. Aber ein wirklicher Kandidat für die Profis war er nie. Und wir werden jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, wer die Gewinner des Trainingslagers sind für uns. Also ihn nehme ich schon mal vorweg. Also da spoiler ich direkt. Für mich einer der absoluten Gewinner, nicht nur des Trainingslagers, sondern der Vorbereitung. Ja, safe. Abschließend zu diesem Test. All in all war das eine gute Nummer vom VfB Stuttgart. Viel Spielfreude, viele schöne Angriffe, muss man sagen. Defensiv muss sich noch ein bisschen was stabilisieren, keine Frage. Da passt noch nicht alles. Auch offensiv, ja. Wir haben es vorhin gesagt, ist Demirovic noch nicht so eingebunden, wie er das sein sollte. Dafür hat Sebastian Hoeneß ja jetzt Zeit genug, denn am 17.8. steht ja erst das erste Pflichtspiel gegen Leverkusen an. Und ich glaube, bis dahin wird Sebastian Hoeneß auch noch an seiner Mannschaft tüfteln. Und dann passen die Abläufe auch besser. So, Sebastian, jetzt für mich ein ganz interessanter Part dieser Ausgabe heute. Seit Montag steht unsere Mannschaft wieder in Stuttgart auf dem Trainingsplatz. Und eine Frage rückblickend auf die Japan-Reise, die müssen wir noch beantworten. Wer waren die Gewinner der PR-Tour, wenn man so möchte? Die kenne ich natürlich, aber ich meine die, die auf dem Feld standen. Das Gute ist, wenn wir über Vorbereitungsgewinner sprechen, müssen wir, glaube ich, erst mal attestieren, dass es keinen Vorbereitungsverlierer gibt. Oder siehst du einen? Also Verlierer gibt es keinen. Wir haben es angesprochen. Er mit dem Demirovic hat vielleicht noch nicht so performt, wie sie es alle erhofft hatten. Aber das war vermutlich auch absehbar. Er kommt in eine komplett neue Mannschaft. Und dass er da nicht gleich in zwei Testspielen acht Tore schießt, gut, kann man verschmerzen. Dass er offensiv jetzt noch so gar nichts zeigen konnte, ist ein bisschen schade. Aber ich würde ihn jetzt auch nicht als Verlierer bezeichnen, sondern als Nicht-Gewinner. Aber ich glaube, man kann schon sagen, es gab keine wirklichen Verlierer. Denn auch ganz entscheidend, ja doch, vielleicht Luca Raimund, der hat sich verletzt. Das ist richtig. Aber er konnte überzeugen. In den Minuten, die er bekommen hat, konnte er überzeugen. Also klar, die Verletzung ist unglücklich. Aber ansonsten hat er das nicht gemacht. Traumtor geschossen im ersten Spiel, also gegen Kyoto. Insofern auch kein Verlierer. Aber ein Stück weit, also wenn es einen Verlierer gibt, dann ihn mal erst der Einzige, der sich verletzt hat. Aber das immerhin nach dem Traumtor. Also ich hoffe, dass er dann schnell wieder am Start ist. Weil auch das von ihm war ein toller Auftritt. Also insofern, nee, keine Verlierer. So, wir halten es fest. Für dieses Tor könnt ihr übrigens aktuell bei der Sportschau für das Tor des Monats abstimmen. Also geht da mal vorbei und klickt auf Luca Raimund. Vielleicht hilft das auch bei der Genesung. Ich zähle jetzt mal meine Gewinner der Vorbereitung, schräg schräg des Trainingslagers auf. Und du ergänzt einfach, wenn irgendjemand fehlt oder wenn du grundsätzlich noch irgendwas zum Besten geben möchtest. Als erstes möchte ich beginnen mit Justin Deal, weil der mir wirklich richtig gut gefallen hat, ein tolles Tor gegen Kyoto geschossen hat und auch ansonsten in jedem Testspiel eigentlich mit einer der auffälligsten Spieler war. Zeigt immer wieder gute Dribblings, gute Tiefenläufe. Der überrascht mich bislang wirklich vollkommen. Also ich wusste, dass wir da schon einen guten Spieler bekommen, hätte aber vermutet, dass er noch deutlich länger braucht, um auf diesem Niveau schon agieren zu können. Justin Deal, für mich ein klarer Gewinner dieser Vorbereitung. Der nächste ist Silas. Auch er immer engagiert. Auch er in der Rückwärtsbewegung deutlich verbessert. Gutes Auge für die Mitspieler. Wir haben es vorhin schon gesagt. Auch er, muss man sagen, wirkt erwachsener. Wir haben es ja vorhin schon bei Ömer Beers attestiert. So war es richtig. Aber auch Silas ist irgendwie einen Schritt weiter gekommen. Ömer Beers, da sind wir wieder. Für mich einer der Gewinner. Das schöne Tor gegen Hiroshima haben wir auseinandergenommen. Ansonsten sehr passstark, robust, immer wieder mit guten Ideen. Also vom sicheren Tribünenkandidat bzw. Abgangskandidat ist das jetzt eine Option für einen Kader. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die Entwicklung haben wir gerade eben schon aufgedröselt. Musa Sissé, auch den haben wir schon gelobt. In beiden Spielen getroffen. Sehr auffällig im Spiel nach vorne. Gefiel mir richtig gut. Und dann kommen wir zu Samuele Di Benedetto. Ein Spieler, der irgendwie im Körper eines 40-Jährigen steckt, aber die Agilität eines jungen Spundes sozusagen aufs Feld bringt. Sehr passlicher, zweikampfstark, aber so unfassbar abgebrüht. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, okay, wenn du den morgen in ein Bundesligaspiel reinwirfst, dann wuppt er das. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also ein fantastischer Spieler. Und last but not least Thomas Castanaras in beiden Spielen getroffen. Auch er für mich einer der Gewinner dieser Vorbereitung bzw. des Trainingslagers. Jetzt bin ich auf deine Ergänzungen gespannt, wenn es welche gibt. Nee, ich werde jetzt keinen Namen ergänzen, aber ich finde es bezeichnend, dass jetzt vier von den fünf Spielern, die du genannt hast, alles U21-Spieler sind. Also ich nehme jetzt mal über Bayers Bittereien. Also insofern, ich freue mich auf Jung und Wild, egal ob in der dritten Liga oder in der ersten Liga, aber ich glaube, da kommt halt sehr, sehr viel Potenzial nach. Und wir werden hinterher noch über Raoul Paula sprechen, der nicht mehr nachkommen wird, zumindest nicht in der kommenden Saison. Aber ja, da ist halt, da ist Personal da, was uns in den nächsten Jahren wirklich Spaß machen kann. Und ich bin gespannt, wie jetzt der Übergang gelingt, weil man sieht es in Testspielen, hey, die haben was drauf. Aber can they do it on a cold rainy night in Augsburg? Also ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Die Frage, die sich natürlich jetzt anschließt, ist, wie wirkt sich das auf unsere Startelf aus? Gibt es vielleicht etablierte Spieler, die um ihren Startplatz zittern müssen? Konnten sich Jugendspieler für den Kader empfehlen? Lass uns vielleicht mal verschiedene Szenarien durchgehen und fangen damit an, dass Sebastian Hoeneß bislang immer auf den 4-2-3-1 gesetzt hat. Das scheint seine Wunschformation zu sein. Und ich würde vorschlagen, anhand dieser Formation besprechen wir mal so ein paar Personalien und beginnen im Tor. Das ist relativ simpel, denn da führt kein Weg an Alex Nübel vorbei. Aber wenn du mich fragst, zwischen Fabian Bredlow und Stefan Dreyaccia ist ein Kampf um die Nummer 2 entbrannt. Also wenn ich jetzt nur die gezeigten Leistungen bewerte, sehe ich Dreyaccia sogar ganz leicht vor Fabi. Aber, ich möchte direkt intervenieren, man sollte natürlich nicht vergessen, welche Position Fabian Bredlow in der Kabine inne hat und wie wichtig er fürs Team und natürlich auch wie wichtig er für den Trainer ist. Er ist im Mannschaftsrat und was man natürlich auch sagen musste oder muss, immer wenn er gebraucht wurde, konnte man sich auf ihn verlassen. Deswegen sehe ich es im Tor so, dass Alexander Nübel ganz klar gesetzt ist und dahinter dann Fabi Bredlow auf der 2 steht und Dreyaccia die 3 ist. Wie siehst du es? Da gehe ich mit. Also Fabi Bredlow ist Mr. Zuverlässig. Er ist jetzt kein überragender Torhüter, aber auch niemand, der irgendwie große Fehler macht. Also insofern denke ich auch, wenn Alex Nübel ausfallen sollte und es wird eine Nummer 2 gesucht, dann ist das erstmal Fabi Bredlow. Aber er muss sich jetzt im Konkurrenzkampf stellen. Es gibt eine Nummer 3, die an seinem Posten der Nummer 2 halt kratzt und da muss er sich jetzt beweisen, wenn er dann gefordert ist. Aber aktuell sehe ich es so wie du, also die Hackordnung ist Nübel, Bredlow, Dreyaccia und das ist erstmal so. Und mal gucken, ob sich daran ändern wird. Also ich würde vorschlagen, damit das dann für unsere Zuhörenden verständlicher wird, wir bauen hier uns einfach mal den 20er Kader für den Supercup zusammen. Am Ende haben wir den und machen weiter mit der Abwehr und da muss man ja sagen, jetzt auf der Rechtsverteidigerposition konnte sich ja bislang nur Pascal Stenzel beweisen. Klar ist aber, wenn Stergio die Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen kann und Wagnumann fit ist, dann wird es eng für Kalle. So klar ist das. Es sind halt viele Konjunktive, also wenn er fit bleibt, wenn er bestätigen kann und Pascal Stenzel, der ist halt immer da und liefert halt solide ab und ich bin wirklich gespannt. Also die Rechtsverteidigerposition beim VfB in der kommenden Saison, das wird spannend. Es wird spannend und ich gehe auch davon aus, dass Pascal Stenzel gegen Leverkusen starten wird. Also klar, Leonidas Dergio ist jetzt heute ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das Spiel gegen Leverkusen findet in zehn Tagen statt oder in elf, aber das ist schon happig, sage ich jetzt mal, für Dergio da so schnell wieder ranzukommen, dass er gegen Leverkusen starten wird. Ich glaube natürlich trotzdem, dass auf Strecke und wir haben die Konjunktive aufgezählt, Pascal Stenzel immer eine Ergänzung sein wird. Aber das Gute ist halt, wenn du ihn im Kader hast, weißt du, du kannst ihn reinwerfen und es funktioniert. Also er wird ja wahrscheinlich jetzt nicht am laufenden Band Spiele gewinnen, aber er wird ja auch nicht immer wieder Spiele kosten. Also natürlich kann das auch mal vorkommen, aber insgesamt bin ich bislang als Backup mit Pascal Stenzel mehr als zufrieden und wir haben ja schon mal die Wichtigkeit auch bei ihm unterstrichen, die er für die Kabine und für den Trainer hat. Also Pascal Stenzel kann nicht nur auf dem Platz was bewirken, sondern auch von der Bank aus. Dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn haben. In der Innenverteidigung bist du aktuell safe mit Chabot und Rouault, Keitel, Hendricks und Herbert. Während meine Reihenfolge für die Nachrücker, Henry Chase, ist für mich die Wildcard, muss ich sagen. Ich glaube, dass er näher an, vielleicht jetzt ein Einsatz ist, so möchte ich es mal sagen, also im Kader war er ja schon, dass er näher an Einsatzzeiten ist, als eben in der Rückrunde. Also sollte Rouault zum Beispiel ausfallen, müsste sich Hoeneß aktuell ja zwischen Keitel und eben Cissé als Ersatz entscheiden. Und da sehe ich durchaus Potenzial, dass Henry Chase ein paar Minuten bekommen könnte, wenn es dieses Szenario gäbe. Und dann hast du noch DAXO, den ich nicht aufgezählt habe. Lass mich das noch kurz vervollständigen. Der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, deswegen ist ja keine Option aktuell. Aber natürlich ein fitter DAXO wird sich auch sein Duell mit Chabot liefern. Und dann hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, hinten auf eine Dreierkette zu stellen. Das wird sich alles noch zeigen. Aber wir blicken ja jetzt voraus auf das Spiel gegen Leverkusen. Dementsprechend ist DAXO jetzt nicht zu berücksichtigen. Was man aber, glaube ich, noch sagen kann, ist, dass der VfB noch zwingend einen rechten Innenverteidiger braucht, der entweder der Challenger wird für Rouault oder sogar ein Upgrade. Wie siehst du es da in der Innenverteidigung? Ja, das sehe ich ganz genauso. Anthony Rouault hat sich in der letzten Saison komplett bewiesen. Aber er kam ja quasi als Ergänzungsspieler. Und jetzt soll er auf einmal dann unser Startelfspieler sein. Also ich glaube, auf der Position hat der VfB wirklich noch dringenden Handlungsbedarf. Und wie du sagst, entweder wir sagen, okay, Anthony Rouault ist unser Startspieler und wir haben jemanden, der ihn herausfordert. Oder wir sagen, okay, wir bekommen noch jemanden, der noch ein Stück weit besser ist und unser Startelfspieler ist und Anthony Rouault ist dann halt der Challenger. Aber auf der Position, ja, da gibt es noch Handlungsbedarf. Auf der linksverteidiger Position haben wir gerade auch schon getriffen, haben wir gleich drei spannende Optionen. Maxi Mittelstädt dürfte für das erste Gesetz sein, aber auch er muss sich erstmal wieder beweisen und die Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen. Mit Franz Kretzig hätten wir ein Backup, dem ich auch einen Startelf-Einsatz zutrauen würde. Klar, auch bei Kretzig gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die sich verbessern müssen. Gegen den Ball unterlaufen ihm noch Fehler. Auch bei ihm würde ich sagen, mit zunehmender Spielzeit und verdientem Vertrauen könnte das durchaus was werden. Also Kretzig gegen Mittelstädt, ich glaube tatsächlich, das wird ein spannendes Duell. Und ja, die große Überraschung der Vorbereitung, wir haben es gerade eben schon gesagt, Moussa Cissé, auch ihn sehe ich theoretisch als Kaderoption. Ja, also das ist kein Starter, keine Frage, aber Moussa in der 75. Minute, why not, sage ich da. Also sollte Kretzig nachlassen, bekäme eher Druck von Moussa Cissé, wenn du mich fragst. Und die Situation mag ich aktuell bei unseren Linksverteidigern. Ja, das ist, glaube ich, die Idealsituation. Du hast halt jemanden, der es in der letzten Saison bewiesen hat, aber auch Maxi Mittelstädt muss ja erst mal zeigen, dass er wirklich der VfB Mittelstädt ist und nicht der Hertha Mittelstädt. Also er muss die Leistung aus der letzten Saison wirklich beweisen. Du hast mit Franz Kretzig jemanden, der eine gute Vorbereitung gespielt hat. Und dann mit Moussa Cissé jemanden, der irgendwie relativ unerwartet da irgendwie noch reingeworfen wurde und sich auch bewiesen hat. Also da hast du eine richtig gute Konkurrenzsituation. Und dann immer auch in der Abhängigkeit mit einem Chris Führig, der vermutlich eine Position weiter vorne spielt. Und auch ein Moussa Cissé und Chris Führig kann ich mir sehr gut vorstellen. Also insofern, das ist super spannend auf der linken Seite. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt, was die Qualität in der Breite angeht oder in der Tiefe, keine Sorgen machen. Weil ich glaube, da sind wir gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir gucken mal ins Mittelfeld. Und da sehe ich natürlich Atakan Karazor und Angelo Stiller, die für mich gesetzt sind. Du hast dann noch Keitel und Rieder, die auf dieser Position an den beiden vorbeiziehen könnten. Ja, sehe ich aber aktuell nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Den haben wir übrigens vorhin vergessen bei deiner Aufzählung, als es um Ömer Beers ging. Ich habe von Keitel gesprochen, Rieder haben wir vergessen. Auch der, wir müssen uns an ihn erstmal gewöhnen. Der war halt auch im Urlaub, wie alle Nationalspieler, aber auch er hat eine relativ gute EM gespielt. Und ja, ist ein Kandidat. Auf jeden Fall. Dann hast du noch die Benedetto, der sich in sehr guter Form präsentierte. Beers, oft genug angesprochen, gefiel uns beiden sehr, sehr gut. Aber bei den beiden von mir jetzt letztgenannten, würde ich sagen, reden wir von Ergänzungen für den Kader und jetzt keine Challenger für die Startelf. Ich mache das Mittelfeld aus meiner Sicht mal rund und dann kannst du wiederum ergänzen. Auf rechts sehe ich Silas in der Pole Position. Jamie muss da definitiv noch kämpfen. Bujong Chong kann auch über rechts kommen. Ich sehe ihn aber bislang nur als Kaderspieler und noch nicht nah genug an der Startelf, muss ich ganz ehrlich sagen. Enzumi Jo ist natürlich auch ein Spieler, der die rechte Seite bekommen könnte. Aber für die ersten beiden Pflichtspiele steht er wohl noch nicht zur Verfügung. Und die linke Seite, da wird es spannend. Justin Deal spielt bisher eine richtig überzeugende Vorbereitung. Er hat noch Baustellen, zweifellos. Aber wenn Chris Führig jetzt zurückkommt, auch hier können wir es wieder nur sagen, muss er erstmal seine Leistungen bestätigen, muss 100% bringen, sonst wird Deal diesen Platz auf der linken Seite bekommen. Und was man natürlich nicht vergessen sollte, Chris war in der Rückrunde nicht mehr ganz so beeindruckend, wie noch in der Hinrunde dazu kommt, dass er sich ernsthaft mit einem Wechsel beschäftigt hat. Also möglicherweise geht er ja etwas enttäuscht in die neue Saison. Und er weiß natürlich auch, er muss mindestens genauso hart arbeiten wie in der vergangenen Spielzeit. Und trotzdem könnte es dann vielleicht mal nicht reichen. Ja, also ich sehe ihn schon als gesetzt an, aber auch bei ihm gilt das Gleiche wie bei Mittelstadt. Wenn er nachlässt, dann wird es knapp für ihn. Und ich sehe es trotzdem so, dass Sebastian Hoeneß seiner linken Seite mit Maxi und Chris natürlich so einen gewissen Bonus einräumen wird. Ja, sie sind Erfolgsgaranten gewesen für die vergangenen Saison. Und dennoch ist mein Hot Take für das Leverkusen-Spiel, Sebastian. Deal startet, Führig kommt von der Bank. Auf Strecke, das muss ich noch dazu sagen, sehe ich aber natürlich schon, dass Chris mehr Minuten sammeln wird als Justin Deal. Aber ja, wenn ich jetzt sehe, dass Chris heute erst ins Training einsteigt, sehe ich tatsächlich Justin Deal in Leverkusen vorne. Und lasst mich das auch noch ganz kurz sagen zum Mittelfeld. Wir haben noch nicht groß über Luca Raimund gesprochen, bis auf das erwähnte Tor vorhin. Aber auch bei ihm muss man natürlich sagen, watch out, da könnte noch was kommen. Und jetzt, Sebastian, noch die 10, da müssen wir sagen, vielleicht wird es auch eine falsche 9, whatsoever. Enzo Mio, Fabian Rieder, Nick Woitemade, selbst Ermedin Dimirovic oder Dennis Undaf, sollte er denn kommen, sind Optionen für diese Position hinter der Spitze für mich super schwer zu entscheiden. Wenn wir davon ausgehen, dass Undaf kommt, dann würde ich natürlich Dennis Undaf diese Position geben. Wenn wir mit dem planen müssen, was wir aktuell im Kader haben, dann ist es ein Duell zwischen Rieder und Enzo Mio. Wobei Enzo Mio, wir haben es gesagt, ja auch auf rechts eingesetzt werden könnte. Also für Leverkusen sehe ich da tatsächlich die besten Chancen noch bei, oder für Fabian Rieder. Enzo Mio wird da noch nicht auf dem Platz stehen können. Und Dennis Undaf nur vielleicht. So, Sebastian. Jetzt habe ich hier mein ganzes Mittelfeld runtergerattert. Jetzt kommst du. Ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Und da frage ich dich, Fabian Rieder ist ja auch heute erst ins Training eingestiegen. Und ich habe ja gesagt, gegen Hiroshima war ja Jamie Levering auf der 10. Siehst du das als Leverkusen für eine Option? Also mir hat es jetzt nicht so getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hätte es auch nicht gefallen. Aber ich meine, Rieder hat ja halt genauso viel Vorbereitungszeit gehabt, wie zum Beispiel in Chris Hürich. Ich weiß, aber da sehe ich tatsächlich aktuell so eine kleine Vakanz. Also gerade die Position hinter den Spitzen, da konnte mich jetzt noch keiner so wirklich überzeugen. Wollte mal, da hat das mal gespielt. Chong hat das mal gespielt. Und ja, also wie gesagt, ich wurde da von keinem wirklich überzeugt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man dann den Rieder reinbringt und den mal machen lässt. Und idealerweise gibt es dann so einen Typen, der sich aktuell, glaube ich, in Leonberg ganz gerne aufhält, der dann vielleicht auch noch zur Verfügung steht. Und man kann zur Halbzeit durchwechseln. Natürlich kannst du das auch mit Jamie Levering versuchen. Aber ja, also mir hat es nicht so gut gefallen, was er gegen Hiroshima gesagt hat. Der offensive Kreativraum im VfB-Mittelfeld, der ist tatsächlich noch so eine gewisse Baustelle. Und da kann man halt ja wirklich nur hoffen, dass sich der VfB und Brighton vielleicht doch noch irgendwie einigen. Oder dass Enzumio dann nach Olympia dann sehr, sehr schnell wieder Wettkampf fit ist für den VfB. Aber das sehe ich so wie du. Also das ist noch so eine kleine Baustelle. Aber ansonsten habe ich da tatsächlich keine Einsprüche. Also so wie du es gesagt hast, sehe ich es genauso, erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. Und wir werden gnadenlos daneben liegen. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Wie immer, wie immer. Wie immer. Und wir machen weiter direkt im Angriff. Ermedin Dimirovic ist im Angriff erst mal gesetzt. Dahinter streiten sich Voltemade und Kastanaras um Einsatzzeiten. Klarer Vorteil natürlich für Nick Voltemade. Kastanaras ist für die zweite Mannschaft eingeplant. Und wenn dann eher mal eine Notlösung, würde ich sagen, wenn dann vielleicht ein Voltemade oder ein Dimirovic ausfallen sollten. Ja, und sollte der VfB neben Undaf noch einen weiteren Stürmer holen, könnte es natürlich auch noch mal für Nick Voltemade enger werden. Wobei Voltemade, wir haben vorhin über Polyvalenz gesprochen, auch die Möglichkeit hat, wie gesagt, über die Halbspuren zu kommen, auch hängende Spitze Zehen spielen zu können. Also der hat da noch ein paar Optionen, wie er eingebunden werden könnte. Aber aktuell für mich ganz klar, er mit dem Dimirovic gesetzt im Angriff. Genau. Und bei Nick Voltemade auf jeden Fall für mich aus Fansicht klarer Vorteil. Also wenn er am Ball ist, dann erkennst du das halt auch vom Spielfeld. Denn mit seiner Größe und dann den runterhängenden Stutzen und dem Laufstil und so weiter, gibt es dann keinen Zweifel, Voltemade ist am Ball. Also bei den Testspielen, ich habe das geliebt. Also du guckst halt auf den Fernseher und siehst sofort, okay, er hat den Ball. Da muss man nicht zweimal hingucken. Richtig gut. Ja, das ist richtig cool. Und wir haben jetzt einen Kader für das Spiel gegen Leverkusen so halbwegs zusammengestellt. Und wenn man da mal durchgeht, dann erkennt man, dass Sebastian Hoeneß, vorausgesetzt alle Spieler sind irgendwann mal fit und bleiben fit, wirklich ein paar harte Fälle zu bearbeiten hat. Also im Tor nehmen wir Nübel und Bredlow mit. In der Abwehr wäre es jetzt Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt, Stergiu, Chase und Gretzig. Allerdings gibt es dann noch verletzte Spieler mit Wagnoman und mit Zagadou, die jetzt aktuell gar nicht berücksichtigt werden von uns. Wenn die zwei jetzt auch noch mit reinrutschen, dann bist du schon bei so Kandidaten wie Kretzig, Chase, Stergiu oder Stenzel, die du draußen lassen musst. Das ist spannend, wenn du mich fragst. Im Mittelfeld gehen wir rein mit Karasor, Stiller, Silas, Diel, Rieder, Keitel, Führig, Leveling und Chong. Auch hier nicht berücksichtigt. Zum Beispiel Luca Raimund, eines unserer größten Talente. Ja, oder Ömer Meyers, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Ja, Enzumio, haben wir auch noch nicht aufgezählt. Ja, stimmt. Auch nicht mit dabei, der kommt auch noch zurück. Und du hast natürlich dann noch so ein paar Leute, die mit den Hufenscharen, wenn man jetzt Cissé mit dazu zählen möchte, ja, oder auch ein Di Benedetto. Da sagen ja auch viele Menschen, der braucht jetzt Einsatzzeiten. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich aus unserem Kader streichen würde. Wie gesagt, vorausgesetzt, alle bleiben gesund. Und Di Benedetto dann dafür mitnehmen würde. Und vorne im Angriff, die Mirovic und Woltemade. Und es soll ja noch ein Undarf kommen. Und vielleicht sogar noch ein weiterer Stürmer. Also, wie gesagt, es wird nicht so laufen, dass der VfB Schickert jetzt hier komplett flawless, ohne Verletzungen und Ausfälle durch diese Saison gleitet. Vor allem nicht mit dem Blick darauf, dass wir in der Champions League acht weitere Spiele bestreiten müssen. Mindestens. Mindestens. Aber, also, ich finde diesen Kader schon sehr, sehr spannend. Und die Entscheidung, die Sebastian Hoeneß jetzt treffen muss, auch die finde ich äußerst interessant. Wir haben noch nicht über Luca Pfeiffer gesprochen, der genauso wie Maxi Mittelstädt und Chris Führig und Leonidas Dergiu in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen sind, der, und das kann ich schon mal wegnehmen, wird es gleich aber auch nochmal Thema sein wird im Transfer-Update, also Luca Pfeiffer, aber auch der, ja, Fein Fagier, Audi erwähnt. Also, es ist schon, es ist schon interessant. Genau, auch im Training der ersten Mannschaft, ne? Also, naja, es gibt da so ein paar spannende Personalien auf jeden Fall. Also, wir werden es begleiten und werden natürlich dann vor dem Spiel, Quatsch, nach dem Spiel gegen Leverkusen mal abgleichen, wie viele, ja, Haken wir machen können hinter unserem Spieltagskader. Ich bin sehr gespannt, ob da alles so eintrifft, wie wir uns das vorstellen. Gut, kommen wir zum Transfer-Update, Sebastian. Das ist für viele der Höhepunkt, für mich mittlerweile einfach nur noch ermüdend. Deswegen beginnen wir mit einer fixen Angelegenheit, nämlich Raoul Paula, der den VfB verlassen wird und in der kommenden Saison für Nack Breda auflaufen wird. Raoul Paula unterschrieb am Mittwoch einen Zwei-Jahres-Vertrag beim niederländischen Erstligisten plus ein Jahr Option für ein weiteres Jahr. Diese Option kann von Breda aktiviert werden. Nicht spielerseitig, aber der muss natürlich auch zustimmen, keine Frage. Aber Breda aktiviert, wenn sie Interesse haben. Und laut Medienberichten ist es so, dass sich der VfB Stuttgart eine Rückkaufoption sichern konnte. Da war natürlich der Aufschrei gleich mega, als bekannt wurde, dass der Spieler wechselt. Wie hoch diese Rückkaufoption ist, ist bislang noch nicht bekannt. Irgendwo im sechsstelligen Bereich hört man, davon ist auch ausgegeben, dass das zutrifft. Und es gibt auch noch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Sollte Paula nicht zum VfB zurückkommen, sondern woanders hin wechseln, auch da kann der VfB Stuttgart also nochmal die Hand aufmachen. Und damit ist auch klar, der VfB hat weiterhin die Hand auf diesen Spieler, Sebastian. Genau, so klang es ja auch im Statement vom VfB zum Wechsel, was es ja immer gibt. War ja auch deutlich zu hören, dass der Spieler bzw. sein Management eine Luftveränderung deutlich angestrebt hat. Das konnte man raushören. Und es war rauszuhören, dass der VfB an der sportlichen Entwicklung des Spielers in Zukunft profitieren wird. Da klingeln dann gleich die Glocken und denken, okay, Weiterverkaufsbeteiligung. Jetzt Rückkaufsoption war jetzt im Statement vom VfB nicht rauszulesen. Das haben jetzt, glaube ich, Stuttgarter Nachrichten geschrieben. Wir hoffen mal, dass es so ist. Aber es gibt jetzt weder vom VfB noch vom Breda eine offizielle Bestätigung dafür. Aber wir hoffen mal, dass es halt wirklich so ist und dass der VfB sich dann quasi das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen hat lassen, sondern dass man den Spieler zwar abgibt, aber trotzdem, wenn er dann, wie man ja erhofft durch die Decke geht, noch, wie gesagt, die Hand drauf hat. Und man sollte vielleicht auch mal klarstellen, der VfB hat diesen Spieler nicht davongejagt oder verloren oder falsch gefördert oder sonst irgendwas. Das finde ich tatsächlich ein bisschen drüber. Es war so, dass die Paula-Seite sehr früh klargemacht hat, dass man sich gerne neu orientieren möchte. Und eine Vertragsverlängerung kam genauso wenig in Frage wie halt eben ein weiteres Jahr VfB 2. Die wollten auf einem höheren Niveau Fußball spielen. Und da der Vertrag 2025 auslief, das konnte man oder konnte ich inzwischen zu 99 Prozent so abklären. Und also 2025 läuft der Vertrag aus oder wäre der Vertrag ausgelaufen und es gab eine Option für ein weiteres Jahr, die aber nicht gezogen wurde. Dementsprechend ist 2025 korrekt. Also da man das nicht hinbekommen hat, war auch eine Laie keine Option. Jetzt hätte der VfB halt nur die Möglichkeit, noch irgendwie auf diesen Spieler eine Wirkkraft, wenn man so möchte, ausüben zu können, wenn man eben jetzt verkauft und gewisse Klauseln verhandeln kann. Und das ist dem VfB schon gerade gelungen. Und man sollte da wirklich mal davon wegkommen, ja immer dem VfB irgendwie eine gewisse Trotteligkeit zu unterstellen, dass man die Talente nicht erkennt und davonjagt. Nee, es gibt einfach mal Situationen, da sagen Spieler zu dir, du, wenn ich nicht spiele, und zwar in der ersten Mannschaft, dann gehe ich. Und wir haben es gerade eben schon mal aufgemacht. Wen willst du denn jetzt draußen lassen, ja? Also sollst du jetzt diese Wette eingehen und Raul Paula, weiß ich nicht, garantieren, dass er immer im Kader steht und dafür lässt du andere Spieler, die vielleicht deutlich mehr Potenzial mitbringen und auch schon weiter sind draußen? Das geht natürlich nicht. So, und dementsprechend finde ich die Lösung, die der VfB jetzt hier gefunden hat, die finde ich gut, ja? Das ist eine wirklich gute Lösung und natürlich ist das scheiße für die U21, ja? Das ist ein schwerer Verlust. Letztes Jahr hat Raul Paula 15 Tore und sieben Vorlagen geliefert. Natürlich fehlt er dir und natürlich ist er auch ein Stück weit dieser Aufgabe entwachsen, wobei ich auch sage, dritte Liga, why not? Also da gibt es schon ein paar interessante Gegner, die da auf dich warten. Aber ich respektiere natürlich den Wunsch des Spielers und wie gesagt, ich finde die Lösung, die jetzt getroffen wurde, eigentlich in Ordnung, Sebastian. Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, du wirst halt immer dieses Spannungsfeld haben, Beraterumfeld der Spieler, die dem Spieler wahrscheinlich erzählen, eigentlich müsstest du bei Manchester City Startelf spielen und dann dem Klub, der sagt, wen soll ich halt draußen lassen aus meinem Profikader und da muss man halt einen Mittelweg finden. Und wenn der Spieler sagt, ich brauche eine Luftveränderung oder die Berater sagen lassen, der Spieler glaubt es, ich möchte woanders hin, ich möchte erste Liga spielen und wenn es halt in Niederlanden ist, ist ja völlig okay. Und dass der VfB dann sich dann vermutlich zumindest mal den Vertrag so gestaltet hat, dass man den Spieler zurückholen kann. Wenn der jetzt dann in Holland genauso brilliert in der ersten Liga wie jetzt in der vierten Liga, dann ist das ja völlig okay, aber ich unterstelle da auch keine Trotteligkeit, sondern einfach Unterschiede in der Erwartungshaltung, was Spielerseite und Vereinsseite halt betrifft. Und man sollte auch hier beachten, also die Rückkaufoption, so wird es überliefert, liegt im sechsstelligen Bereich. Also es geht hier niemand davon aus, dass der VfB Schöger gerade eben ein Jahrhunderttalent verscherbelt hat oder dergleichen, ja. Also dann würde nämlich diese Rückkaufoption definitiv nicht nur im sechsstelligen Bereich liegen. Genau, wir haben es ja heute auch gesehen, du hast es auch getwittert, Per Lockel, Aufschreiber riesengroß, als der dann von der U21 zu Gladbach gewechselt ist, spielt jetzt bei den Kickers. Also nicht jedes Talent wird auch wirklich dann halt der Jahrhundertspieler, von dem man das gedacht hat, dass das wird. Also insofern, es ist schwierig und klar ist auch, die Durchlässigkeit beim VfB ist verbesserungswürdig. Es kommen viel zu wenig Spieler aus der eigenen Jugend in den Profikader. Aber da möchte ich mal direkt intervenieren. Welche Spieler, die denn dann gewechselt sind, haben denn woanders den Durchbruch geschafft? Also ich sehe halt jetzt nicht irgendwie diesen Aderlass, dass uns ständig große Talente wegbrechen, die dann woanders komplett durch die Decke gehen. Das sehe ich halt nicht. Das war jetzt gar nicht meine Aussage, sondern ich wollte sagen, allgemein schaffen es zu wenig Spieler aus der VfB-Jugend in irgendeinen Profikader. Also ob die jetzt wechseln oder nicht, aber die Durchlässigkeit generell oder vielleicht auch dann die Nachwuchsarbeit vom VfB, die muss man hinterfragen. Und wir hatten ja mal vor zwei Jahren, war es jetzt mal das Gespräch mit dem Agi, der auch in der VfB-Jugendbetreuung gearbeitet hat und auch gesagt hat, die einzigen VfB-Jugendspieler, die es irgendwie in Erste Ligen geschaffen haben, das war Berkai Oetschan und Umut Gümmes, das sind die einzigen. Und das ist halt viel, viel zu wenig, egal ob jetzt beim VfB oder irgendwo anders. Aber irgendwas scheint da nicht gestimmt zu haben, sage ich mal. Und ich hoffe mal, dass das System, was jetzt Thomas Krücken und seine Kollegen und Kolleginnen aufgesetzt haben, jetzt in den nächsten Jahren wirklich Früchte trägt. Weil ich glaube, er hat bei dir gesagt, 2025 wird man sehen, was es gebracht hat. Und das ist ja immer das Problem, halt auch bei so strukturellen Änderungen. Du siehst es halt erst mit zwei, drei Jahren Verzögerung. Und ja, schwierig, aber ich fühle so ein Stück weit. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Er meinte, dass ab 2025 die Ersten sich im Profikader etablieren können. Das muss man vielleicht noch ein bisschen einschränken. Also da wird jetzt noch nicht der VfB aus lauter NLZ-Spielern bestehen, aber da kommen die Ersten oben an. Und man sieht das ja schon. Also ich meine, du hast einen Henry Chase, der sehr oft in der Rückrunde eben auf der Bank saß, auch einen Luca Raimund. Also die haben es schon mal in den Kader geschafft. Dann ist es natürlich noch mal ein Schritt bis zur Startelf. Aber das ist schon mehr als in den Jahren zuvor. Da hat man in Lee Eggloff, ich möchte nicht sagen mitgeschleppt, aber einfach die Hoffnung gehabt, wenn der regelmäßig mal eingewechselt wird, wird er schon mal irgendwann zünden. Hat nicht geklappt, aber dann hört es auch schon auf. Also mit jungen Talenten, die es in den Kader geschafft haben. Gut, wir werden das beobachten. Wir werden Raoul Paula weiter auf dem Schirm haben. Und wenn er gut ist, holt der VfB den wieder zurück und macht ihn zu einem Weltstar. So läuft das nämlich bei uns. Gut, ein Weltstar, wenn man so möchte, ist auch schon Dennis Undaff. Und ich weiß gar nicht, wie dieses Thema noch aufmachen soll. Wir brauchen nicht noch mal hinterlegen, dass Dennis Undaff unbedingt beim VfB bleiben möchte. Das hat er so oft selbst getan. Mittlerweile besteht das im Wochenrhythmus. Also brauchen wir nicht auch noch damit anfangen, ob er jetzt zum VfB kommen wird, soll sich diese Woche angeblich entscheiden, muss man sagen. Der Stand ist, jetzt was lustig, der VfB und Brighton verhandeln. Die Signale aus England sind positiv. Oder auch nicht. Also egal, wen man fragt. Man bekommt mehr oder weniger drei oder vier verschiedene Antworten. Ich habe wirklich die letzte Woche genutzt und immer wieder WhatsApps hin und her geschrieben. Und mir wurde signalisiert, es läuft ganz gut. Es ist aussichtreich. Und der VfB könne wohl auch in dieser Woche noch was vermelden. Und das ist mein letzter Kenntnisstand. Und ich hoffe einfach, dass der VfB vermelden wird, dass Dennis Undaff zum VfB kommt. Und ich hoffe aber, dass man uns nie erzählt, wie viel Geld der VfB Stöckert wirklich für Dennis Undaff hinblättern muss. Weil es ist natürlich das Thema schlechthin. Wenn all das stimmt, was in den Medien so steht, wird Dennis Undaff uns richtig, richtig viel Geld kosten. 30 Millionen safe. Und so wie ich das verstanden habe, ist der VfB aktuell auch nicht mehr bereit, da noch irgendwas zu drehen. Also man ist da an einem Punkt angekommen, wo man sagt, okay, wir werden hier nicht noch mehr Geld für Dennis Undaff ausgeben. Über was man wohl aktuell noch verhandelt, ist die Art und Weise der Boni. Also wann und welcher Betrag in welcher Höhe fällig wird. Das ist wohl jetzt aktuell Thema. Also ein gewisser Maximalbetrag wird vom VfB nicht mehr überschritten. Und Brighton möchte wahrscheinlich jetzt alle Bonis irgendwie nach einer Einsatzminute fließen sehen. Und der VfB Stöckert wird natürlich sagen, ja gut, wenn wir die Champions League gewinnen, dann werden die Boni fällig. Du weißt doch, was ich hindeuten möchte. Absolut, ich meine, der VfB kommt ins Halbfinale der Champions League und dann gibt es halt einen Bonus für jedes Mal, wenn Dennis Undaff in der Champions League im Abseits steht oder so. Also die Vertragskonstrukte sind ja mittlerweile komplett pervers, das kann man einfach so festhalten, denke ich. Und wie gesagt, ich denke, irgendwann muss der VfB sagen, sorry, aber jetzt, unser Deadline ist einfach Donnerstagabend 23.09.15. Und dann ist das Ding halt einfach durch, weil mittlerweile machen sich ja, finde ich, alle Beteiligten lächerlich. Wenn ich dann heute lese, Brighton ist genervt für eine Verhandlung, denke ich, okay, also der VfB ist genervt, Brighton ist genervt, Undaff ist genervt, die Fans beider Klubs sind genervt. Dann macht doch entweder ja oder nein, aber das Ding muss jetzt mal ein Ende haben. Und wenn das so weitergeht bis zum 31.08., dann habe ich echt keinen Bock mehr auf die neue Saison. Also das ist ja wirklich eine komplette Shitshow einfach. Ja, also die Vorfreude auf die neue Saison lasse ich mir davon nicht nehmen, das kann ich dir schon sagen. Aber mich nervt es genauso wie dich. Also es ist einfach wirklich super anstrengend und ich liebe Dennis, aber ich kann es auch nicht mehr hören, dass er mir zum 20. Mal erzählt, wie gerne er hier in Stuttgart spielen wollen würde. Das finde ich zwar natürlich schön, dass der Spieler hierher möchte, aber das frustriert mich immer noch mehr, dass es bislang nicht zum Vollzug kam. Dann höre ich wieder die Summen, mit denen wir uns da aktuell rumschlagen. Da denke ich mir, um Himmels Willen, das ist die Champions League-Falle. Genau das ist sie, ja. Ja, dann sage ich mir auf der anderen Seite wieder, ach nee, diesmal wird es schon gut gehen. Wird es nicht, wird es nicht. Nein, es geht nie gut. Ich hoffe, ich hoffe, dass es am Ende einfach trotzdem gut geht. Auch wenn du hier so pessimistisch bist und vollkommen zu Recht. Das Gute ist, sollte man sich dann mal irgendwann geeinigt haben, geht natürlich alles ganz schnell. Denn der VfB Schott und Dennis Undaff sind klar, die Vertragsmodalitäten wurden verhandelt. Der Spieler ist eh noch in Stuttgart, stand Dienstagabend, muss man dazu sagen, könnte sofort ins Training einsteigen. Er ist aktuell von Brighton übrigens freigestellt, weil er sollte eigentlich in dieser Woche in Brighton erscheinen, ist freigestellt. Er soll wohl spätestens am kommenden Montag wieder in England aufschlagen. Ob das so kommt, I don't know. Also selbst wenn bis dahin noch kein Vollzug gemeldet wurde oder keine Entscheidung getroffen wurde, würde ich jetzt auch nicht alles darauf setzen, dass Dennis Undaff am Montag wieder in Brighton steht. Er absolviert jetzt hier gerade aktuell in Stuttgart oder in Leonberg, keine Ahnung, wo ein individuelles Programm. Auf jeden Fall hält er sich fit. Und ich sage es nochmal, mir gegenüber wurde in den letzten Tagen mehrfach angedeutet, dass man sich einigen wird und der Transfer auf der Zielgeraden sei. Ich selber bleibe immer skeptisch. Ich habe gelernt aus Anton, ich habe gelernt aus Girassi. Ich bin immer etwas skeptisch und vertraue nur noch den Kacheln des VfB Stuttgart. Wenn die auf Social Media auftauchen, vorher wird hier nichts vermeldet. Und ich muss auch dazu sagen, ich traue Brighton auch zu, selbst wenn man noch so optimistisch ist, dass es jetzt irgendwie durchgeht, dass sie in der letzten Sekunde vom Verhandlungstisch aufstehen und zum VfB sagen, ja, leg noch mal eine Million drauf oder das war's. So, und das traue ich denen zu. Und dann bist du genau an dem Punkt, den du vorhin gemacht hast. Dann muss der VfB einfach so emanzipiert sein und sagen, das war's für uns, wir gehen jetzt. Und damit hat sich das Thema erledigt und dann muss man schlicht und ergreifend sich den Alternativen zuwenden. Wir haben über diese Alternativen schon gesprochen, Loschek, Kadimundu und jetzt kommt auch noch David Vofana dazu, über den wir auch noch gleich sprechen werden. Aber für mich ist momentan wirklich so eine Schwelle erreicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also so sehr ich mir unterwünsche, es ist nur noch eine Erleichterung und keine Freude mehr da, wenn es dann dazu käme. Ja, geht mir genauso. Ich möchte jetzt halt möglichst schnell eine Entscheidung und ja oder nein. Und mir ist dann auch ein Nein jetzt lieber als ein Undaff, der dann halt Ende August kommt. Also du musst jetzt mal Klarheit schaffen. Und ich finde, du kannst dich auch vom Brighton da nicht irgendwie am Nasenring durch die Arena ziehen lassen. Also irgendwann ist doch auch mal gut. Und klar, der Owner von dem Klub ist professioneller Pokerspieler. Das kann ich auch nicht mehr hören. Das klingt immer so, als ob der nicht normal leben könnte. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, ich wollte jetzt auch nicht dich damit angreifen, sondern es ist halt in jedem Zeitungsartikel, wird fünfmal erzählt, dass das halt ein Pokerspieler ist. Das sind halt diese Karteikarten, die Journalisten halt immer zur Hand haben, was man halt irgendwie dann formulieren muss. Aber ich meine, man darf ja nicht vergessen, also Brighton spielt nicht Champions League, die spielen gar nicht international, oder? Ja, also nicht in der Champions League. Ich glaube, die spielen... Und da kommt ein Klub und der bietet halt 30 Millionen für einen Spieler, der bei denen halt nicht gespielt hat. Und die sagen halt Nein. Und keine Ahnung. Also warum macht man das? Also eher nur, wenn man das Geld nicht braucht. Ja, oder wenn man der Meinung ist, der VfB wäre bereit, noch ein paar Millionen oben draufzupacken. Genau, oder man zockt halt. Und da bin ich wieder bei Pokerspielern. Ja, also... Ja, ich weiß, ich verstehe es, aber dann sage ich, Fabian, Wohlgemut ist ein Sniper. Drück ab, Fabi. Ja, ja. Nein, aber dann denke ich auch, komm, dann mach das Ding halt zu. Also setz dann wirklich eine harte Deadline und dann ist das Ding halt durch und dann kümmere dich um einen anderen Stürmer. Wir haben Alternativen und du sagst mir jetzt, wem man holen könnte, wenn der Deal mit Brighton und Dennis Undorf nicht zustande kommen sollte. Also wir haben ja schon über mögliche Kandidaten gesprochen. Jetzt neu dazugekommen, gerade eben schon gesagt, David Fofana. Fofana, vielleicht klingelt da bei dir was. Richtig, der spielte... Ja, Union-Vibes kriege ich da. Ganz harte Union-Vibes. In der Hinrunde für Union Berlin hatte dort aber so seine Probleme mit Urs Fischer. Die Laie wurde dann im Januar vorzeitig beendet. Statt für Berlin lief er in der Rückrunde für Burnley auf. Das machte er auch gar nicht schlecht. Zehn Startelf-Einsätze, fünf Einwechslungen, vier Tore. Eine Vorlage ist nicht so schlecht. Für Union startete er achtmal. Viermal wurde er eingewechselt. Es gelangen ihm aber nicht allzu viele Treffer, nämlich nur einer. Und dann kommt noch ein weiterer dazu, und zwar im Champions-League-Spiel gegen Neapel. Also er hat Champions-League-Erfahrung. Ich wollte gerade sagen, also Champions-League-Tore brauchen wir auf jeden Fall. Ja, keine Frage. Und keine Frage ist auch, Fofana bringt eigentlich alles mit, um ein richtig guter Stürmer werden zu können. Er ist schnell, dribbelstark, hat ein gutes Gefühl für gefährliche Räume. Du kannst ihn, wenn du möchtest, auch über die Flügel kommen lassen. Ist also nicht nur für die klassische Neuen gebucht. Was man bei ihm auf dem Schirm haben muss, er hat ja noch so seine Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist das eine. Ja, also da wirkt halt in manchen Situationen nicht ganz so online, würde Nico Willig sagen, wie andere Spieler. Und darunter leitet dann durchaus auch mal das Passspiel und sein Abschluss. Ich finde, zu detailliert müssen wir jetzt gar nicht über ihn sprechen. Er ist bestenfalls eine Sidenote in Fabian, wohlgemuts Notizblock. Neben dem VfB steht dann auch noch Leicester und Villarreal mit Fofanas-Beratern in Kontakt. Damit ist auch klar, wo der Hase langläuft. Ja, also das ist ein Spieler, der wird dir halt hier angeboten aktuell. Das Thema wird halt sein, dass der VfB Stöckert, wenn überhaupt, dann eher eine Leie in Betracht zieht. Vielleicht eine Leie mit Kaufoption. Und dann sind wir bei Chelsea. Das ist nämlich der abgebende Verein, wenn man so möchte. Die wollen eine konkrete Lösung. Das heißt, am liebsten würden sie ihn verkaufen. Und wenn man ihn verleihen würde, dann nur mit Kaufpflicht. Stand jetzt, muss man dazu sagen. Und vermutlich wäre diese Kaufpflicht dann an Einsatzzeiten oder Tabellenplätze geknüpft. Wir kennen das von Rouault. Aber hier möchte ich dazu sagen, spekuliere ich nur. Und ich möchte es mal sagen, es ist ein super spannender Spieler mit ungeheurem Potenzial. Also natürlich wäre das vielleicht eine Option, aber es gibt dann das eine oder andere Thema, was die Disziplin anbelangt. Wie gesagt, diese Unkonzentriertheiten. Aber dass der Typ was mitbringt und abzünden kann, zweifellos. Aber ich würde sagen, Sebastian, wir warten mal ab, was jetzt diese Woche mit Undorf passiert. Und dann wird sich das Thema Fofana entweder auflösen oder relevant werden. Und dann würden wir da auch nochmal richtig reingehen. Genau, oder konkurrieren. Aber wir warten noch ein bisschen, was Brighton und Undorf angeht. Aber hoffentlich nicht mehr allzu lang. Weil ich glaube, die Geduld ist wirklich auf allen Seiten erschöpft. Also bei beiden Klubs, beim Spieler, bei den Fans, bei der Lager. Das ist wirklich eine komplett skurrile Situation. Hashtag free Undorf. Yes. Omar Solé, über ihn haben wir bereits gesprochen. Der ist weiterhin Thema bei uns. Noch ist der Spieler von Red Bull Salzburg. Die auch immer wieder Anfragen zu ihm aus Spanien, England und auch aus der Bundesliga bekommen. Was man hört ist, dass Omar sogar schon in Stuttgart gewesen sei. Und was man sonst noch so hört ist, also das Problem ist wohl nicht die Ablöse. Das Problem ist wohl auch nicht das Gehalt. Das Problem ist, wenn es überhaupt eins gibt, die Verletzungsanfälligkeit des Spielers. Knieprobleme, Oberschenkelprobleme. Grundsätzlich neigt er zu Muskelverletzungen. Der VfB ist hier berechtigterweise vorsichtig. Das ist absolut richtig, dass man da zwei, dreimal drauf schauen möchte. Man möchte einfach keinen Innenverteidiger, den man erstmal stabilisieren muss. Sondern du möchtest einen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, der Anthony Roux attackiert. Und sich mit ihm einfach einen Kampf um den Stadtplatz liefern kann. Genau, und böse gesagt, mit Wagnermann und DAX, so haben wir ja schon zwei Spiele, auf die man so immer ein bisschen achten muss. Ist ja leider so. Du kannst ja jetzt nicht eine Innenverteidigung oder eigentlich eine komplette Viererkette hinten bilden aus Spielern, die dir ständig mal ausfallen könnten. Dementsprechend muss man sich ja auf jeden Fall absichern, dass die Thematiken, die ich gerade aufgezählt habe, keine mehr sind. Und dazu kommt auch noch, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass Oma manchmal die notwendige Professionalität einfach vermissen lässt. Und mir wurden da auch ein paar Dinge zugetragen, die ich jetzt ja gerade gar nicht teilen möchte. Ja, aber ich sage es mal so, wenn das alles so stimmt, dann wäre es mir recht, dass der VfB Stuttgart diese Infos auch prüft und definitiv hat. Und das sagst du als großer Oma-Solee-Fan. Ja, ich bin auch weiterhin großer Fan und ich glaube jetzt natürlich auch nicht jeder Quelle, die mir da aus Salzburg irgendwas zuschustert und behauptet, hier das und das sei passiert. In den Medien konnte ich darüber noch nichts finden. Ich weiß aber, dass es auch Medienvertreter gibt, die darüber Bescheid wissen, das aber noch nicht kommunizieren, weil sie wahrscheinlich keine zwei Quellen haben. Und dementsprechend kommunizieren wir es auch nicht. Wir wollen nur sagen, wie bei VfB Stuttgart, prüft das, passt der Typ. Vor allen Dingen passt es mit unserer Mannschaft überein, denn wie gesagt, wir wollen hier keinen Spieler, der jetzt erstmal das Lazarett blockiert und anschließend das Mannschaftsklima zerstört. Was wir brauchen, sind Spieler, die uns sofort weiterhelfen können. Was man aber noch dazu sagen sollte, ja, also gerade bei diesem Thema undisziplinierte Spieler, auch über Justin Deal wurde viel gesagt und geschrieben. Und alles, was man über ihn hört, ist, ey, das ist ein super Typ. Wir können froh sein, dass wir den haben. Also dementsprechend vorsichtig sein mit solchen Meldungen, die man dann vielleicht auch in manchen Foren oder so liest. Ich gehe davon aus, dass der VfB Stuttgart hier genau prüft, passt der Spieler zu uns, ist der Spieler fit oder ist es einfach ein Spieler, der mindestens 10, 15 Spiele fehlt in der Saison. Und dann wird man davon Abstand nehmen, was ich sehr schade finde, denn, ich habe es schon mal gesagt, Oma Solé hat alles, alles. Mal gucken, wenn es Oma Solé nicht werden sollte, wird es vielleicht Mark McKenzie. Kennst du den? Nee, aber der Name gefällt mir auf jeden Fall. Der gefällt dir und ich freue mich immer, wenn du Spieler nicht kennst, dann kann ich sie dir nämlich vorstellen. Also Mark McKenzie ist 25 Jahre alt, rechter Innenverteidiger, spielt aktuell für KRC Genk, ist amerikanischer Staatsbürger, wechselte 2021 von Philadelphia nach Belgien, etablierte sich dort in der Liga und wurde Jahr zu Jahr besser, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt würde sich der Spieler gerne neu orientieren, den nächsten Schritt machen, ähnlich wie es Raoul Paula getan hat. Und die Bundesliga scheint er als Ziel ausgesucht zu haben. Dazu wäre natürlich die Champions League noch ein willkommener Bonus. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob dieser Spieler wirklich heiß werden könnte, Mainz, Bremen und auch dem VfB. Das kann man an der Stelle natürlich verraten, sonst würden wir über ihn nicht sprechen. Wurde der Spieler angeboten. Er hat in Genk noch eine Restlaufzeit von einem Jahr. Und vielleicht mal zu den Fähigkeiten, die er so mitbringt. Er ist technisch richtig gut. Er wäre ein Spieler, den man voll in den Aufbau mit einbinden könnte. Also gerade, was so die Pässe nach vorne geht, richtig guter Spieler. Und das fehlt uns ja so ein Stück weit seit dem Abgang von Waldemar Anton. Muss man ja schon sagen, weil Chabot hat da vielleicht die hohe Qualität. Auch er wäre jemand, der mit seinem linken Fuß brillante Pässe in die Tiefe gespielt hat. Also das ist tatsächlich jetzt so ein Asset, was dem Kader vielleicht ein Stück weit abgeht. Da würde er eigentlich ganz gut passen. Er ist ein progressiver Verteidiger. Das heißt, er verteidigt nach vorne. Auch das war so eine Qualität von Waldemar Anton. Dazu ist er noch sehr, sehr schnell. Also für mich ist das schon eine gute Alternative zu Solé. Und das sagst du als Solé-Fan. Ich schwenke noch nicht komplett um. Ich bin immer noch pro Solé. Aber ja, auch aufgrund der zu erwartenden Ablöse finde ich ihn schon interessant. Da geht man von vier bis sechs Millionen Euro aus. Das finde ich eigentlich ganz okay, wenn du mich fragst. Also ein Schnäppchen, wie man mittlerweile in Stuttgart sagt eigentlich. Für mich ist er mehr als ein Plan B. Also ich gehe weiterhin davon aus, dass der VfB Stuttgart auf dieser Position sich noch verstärken wird. Und dann muss man halt sich überlegen. Okay, geht mir das Risiko ein mit Solé, der vielleicht den Flair mitbringt. Oder nimmt man die etwas biedere Variante, aber trotzdem ein herausragender Spieler, wenn du mich fragst. Aber bieder meine ich jetzt eher vom Charakter, nicht so sehr vom Spielvortrag. Also why not? McKenzie klingt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was es so wird. Und den letzten, den ich jetzt noch mit reinnehmen möchte, das ist Luca Pfeiffer, der Gott sei Dank nach seinem Mittelfußbruch wieder auf dem Feld steht. Und natürlich auch sich umschaut, wo kriege ich denn Spielzeit her. Und er hat sich offensichtlich beim KSC angeboten. Nee, das stimmt nicht ganz. Er hat sich nicht selbst angeboten, sondern der KSC wurde natürlich auf ihn aufmerksam. Und überlegt jetzt, ob er eine Option sein könnte für den Kader des verfeindeten Nachbarns. Die Anreise wäre nicht allzu weit. Also dementsprechend könnte es ganz schnell gehen. Übrigens gab es auch Interesse von Nürnberg. Die haben sich dann für einen anderen Stürmer entschieden. Aber also der Markt für Luca Pfeiffer, den gibt es. Der ist da, ja. Den gibt es. Mal gucken, was es wird. Wir werden darüber berichten. So, und dann, Sebastian, sind wir bei unserem nächsten Programmpunkt. Trainer des Jahres. Der Kicker ist bekannt für seine wöchentliche Notenvergabe und für seine halbjährlichen Kategorisierungen der Bundesligaspieler nach weltinternationaler und nationaler Klasse. Dafür kriegen sie oft aufs Maul. Deswegen haben sie sich gedacht, wenn es darum geht, den Trainer des Jahres und den Spieler des Jahres zu küren, dann suchen wir uns einfach 751 Sportjournalisten vom Verband der deutschen Sportjournalisten und lassen die einfach abstimmen. Dann kann man uns für die Wahl nicht verantwortlich machen. Und in den letzten Jahren konnte der VfB oder konnten wir VfB-Fans diesen Preis gepflegt ignorieren. Wenn überhaupt, dann hätten wir vielleicht mal in der Kategorie meiste Trainer des Jahres oder so ausgezeichnet werden können. Genau, aber in der Regel hatte ja auch der VfB keinen Trainer der Saison gehabt, sondern halt irgendwie zwei bis drei Trainer der Saison. Insofern sind wir immer komplett unterm Radar geflogen. Leider. Ja, aber diesmal, also Sebastian Hoeneß, respektabler zweiter Platz, glaube ich. Ja, du bringst es auf den Punkt, genau. Für mich ist es ja trotzdem der Coach des Jahres, ja. Weil wenn ich mir gucke, was er aus der, ja, aber überleg dir mal, was er aus der Substanz, die ihm zur Verfügung stand, gemacht hat. Also da ist er für mich neben Frank Schmidt einfach doch nochmal eine Kategorie über Xabi Alonso. Ja, absolut. Der halt eine ganz andere Qualität vorfinden konnte in seinem Kader. Natürlich hat er eine herausragende Arbeit gemacht und lässt einen tollen Fußball spielen, keine Frage. Aber wenn ich einfach den Maßstab anlege, was hat der Trainer aus der Substanz gemacht, die ihm geboten wurde, sind für mich die beiden Trainer des Jahres Sebastian Hoeneß und Frank Schmidt. Absolut, sehe ich genauso. Also ich akzeptiere dennoch das Ergebnis. Es war so eindeutig 503 Stimmen für Xabi Alonso, nur 74 für Sebastian Hoeneß. Das ist fast schon eine Frechheit, aber gut, wir akzeptieren das. Aber das zeigt auch, wie tief die Sportjournalie Leverkusen im Hintern steckt. Sorry, es ist halt einfach so. Lieber Gesangsverein. Sorry, aber es ist so. Es ist schon so. Übrigens, zwei Leverkusener sind in den Top Dreien bei der Wahl zum Spieler des Jahres. Auf Nummer 1 hat es Toni Groß geschafft, mit 285 Stimmen. Der ist kein Leverkusener und ich finde es auch spannend. Aber spielt immer für Leverkusen. Stimmt, aber auch nur verliehen, oder? Ja, richtig. Ich finde es schon spannend, wie jetzt im Jahr 2024 diese Toni Groß-Liebe irgendwie aufgeblüht ist, weil jahrelang hat sich keine Sau für Toni Groß interessiert, also für Querpass-Toni und auf einmal ist er irgendwie dann die Rettung der Nationalmannschaft und alle feiern ihn und so weiter. Also nichts gegen Toni Groß, er hat es verdient als Lebenswerk und so weiter. Aber ich finde es halt schon spannend, wie auch dann Sportjournalisten auf einmal so umschwenken halt. Krass. Es ist halt alles einem gewissen Trend unterliegt. Bester Stuttgarter wurde übrigens Zeru Girassi, der hinter Granitxaka, Jamal Musiala und Harry Kane Sechster wurde. Und auch Dennis Undarff bekam ein paar Stimmen und rangiert gemeinsam mit Mats Hummels, Thomas Müller und Dani Olmo auf Platz 8. Das sind schon beeindruckende Namen. Ja, aber in welcher Welt hat denn Dennis Undarff eine gleich gute Saison gespielt wie Thomas Müller? Also sorry, das ist einfach ein Witz. Also ich kann das nicht ernst nehmen. Er hat ja auch nur sechs Stimmen bekommen. Ja. Also Dennis Undarff und Thomas Müller. Ja, aber warum nur sechs? Ja, weil die anderen alle für Toni Groß gestimmt haben. Ja, aber in welcher Welt bekommt denn Jamal Musiala 28 Stimmen und ein Girassi nur 19? Also keine Ahnung. Ich meine, es waren Journalisten, aber ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Zu Recht hast du die VfB-Brille auf. Zu Recht hast du die VfB-Brille auf. Und dementsprechend werde ich dir nicht widersprechen. Alles andere als Siru Girassi und Dennis Undarff auf 1 und 2 können wir nicht akzeptieren. Und wir legen Proteste ein an der Stelle. Normaler Girassi auf die 1, normaler Undarff auf die 2. Ja, ist so. Wir berichten nächste Woche, wie diese Proteste für uns ausgegangen sind. Ich werde meinen Presserat melden. Rüge. Ich glaube, ja genau. Ich würde gerade sagen, der macht eh nichts anderes außer Rüge verteilen. Kommen wir doch schnell zum Auswärtstrickkurse, Sebastian. Am vergangenen Donnerstag wurde das neue Auswärtstrikot vorgestellt. Wie gefällt es dir denn? Ja, geil. Also ich finde es gut. Also der Jako und der VfB haben sich ja darauf geeinigt offensichtlich, dass man für 24, 25 so ein bisschen einen Retro-Trend fährt. Retro, ich bin alt. Also insofern ist Retro für mich immer cool. Und sie haben es auch sehr konsequent umgesetzt. Und ich habe nichts dran zu meckern, außer dem Sponsoraufdruck. Aber da kann jetzt Jako wenig für. Aber rotes Trikot, weißer Brustring, nicht durchgehend. Wahrscheinlich wird mit dem Trikot halt intentional gespielt. Aber ich kann damit gut leben. Ich werde es mir nicht kaufen, weil es mir viel zu teuer ist. Aber passt. Ja, ich finde es auch cool, muss ich sagen. Also ein gelungenes Ding, wie gesagt, der Brustring nicht durchgehend, finde ich jetzt beim Auswärtstrikot, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so schlimm. Man muss ja sowieso sagen, dass der VfB Stuttgart den durchgehenden Brustring verwenden darf, ist eine Ausnahmeregelung. Denn normalerweise muss ja hinten die Nummerfläche sozusagen, also da, wo die Nummer drauf gedruckt wird, frei bleiben. Aber der VfB Stuttgart hat praktisch, ja, hier den Vorzug bekommen, weil das ein traditionelles Recht ist. So würde ich es mal ausdrücken. Aber jetzt nur für die Bundesliga, oder? Ja, das wird sich zeigen. Also ich weiß noch nicht genau, wie der Brustring sich darstellt. Weil ich glaube nicht, dass wir mit dem durchgehenden Brustring in der Champions League spielen dürfen. Ja, glaube ich auch nicht. Aber wer weiß. Also vielleicht sagt ja auch die UEFA, Mensch, der VfB Stuttgart war einer der ersten Champions League Teilnehmer. Auch wenn man es nicht in die letzte, also in die Runde geschafft hat, weil ja Christoph Daumen sich da jetzt sein Fauxpas erlaubt hat. Dennoch mehr oder weniger Gründungsmitglied der Champions League, wenn man so möchte. Vielleicht nimmt man das doch mal auf. Aber ich glaube es nicht. Übrigens auch die Torhüter, Alexander Nübel und Fabian Bredlow, haben neue Trikots bekommen in Ultraviolett und ja, grünen, wenn man so möchte. Aquamarine nennt sich die Farbe offiziell. Die sind schon schick, die Dinger. Ja, die sind cool. Also die gefallen mir richtig gut. Also es ist ja gerade dieser Trend ausgebrochen, die 80er und 90er nochmal aufleben zu lassen. Finde ich auch cool, weil diese Future Trends, die wir, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren gesehen haben, die fand ich alle scheiße. Die sahen alle aus wie aus so einem, weiß ich nicht, Computerspielgenerator rausgerotzt. Also da gefällt mir das Aufgreifen der Vergangenheit gepaart mit so einer gewissen Moderne deutlich besser. Und hier hat der VfB Stuttgart, finde ich, bislang wirklich zwei tolle Trikots präsentiert. Zusammen mit den Torwarttrikots sind es sogar vier. Also wirklich super. Was mir übrigens noch aufgefallen ist im Test gegen Hiroshima, dass der VfB keine Nummern auf der Hose gehabt hat. Also das fand ich noch merkwürdig. Normalerweise würde ich auch davon ausgehen, dass diese Nummern Pflicht sind auf der Hose. Aber du hast ja zumindest mal auf dem linken Hosenbein noch diesen kleinen Brustring. Deswegen mal gucken, wie sich das jetzt darstellen wird. Ja, mit den Nummern ist ja eh spannend. Also werden ja das Thema schon angesprochen mit den Fan-Trikots und den Mannschafts-Trikots. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat ja das Team in Japan jetzt dann quasi mit den Fan-Trikots gespielt. Also wenn man so möchte. Wenn man so möchte. Ja, genau. Also müssen wir mal abwarten, wie das jetzt im Supercup ist, wie es jetzt gegen Bilbao ist, wie es dann in der Bundesliga ist. Aber es ist spannend. Und du hast angesprochen, so der Retro-Trend. Und das ist ja wirklich schön, weil der VfB hat ja dann seine Trikots auch vorgestellt mit so einem VHS-Filter. Und die Zielgruppe denkt sich, what the fuck, was ist das? Und wir alten Menschen denken, ja klar, VHS. Also wir werden natürlich direkt angesprochen, während sich die jungen Leute denken, okay, das sieht relativ cool aus. Was ist denn das? Also das ist Videorekorder. Videorekorder. Sieht aber mega cool aus. Mega cool, Sebastian. Heute bin ich der König der Übergänge. Ja, mega cool war auch der Saisonauftakt für die U21. Die starteten das Abenteuer Dritte Liga gleich mal mit einem Ausrufezeichen, wenn du mich fragst. 1 zu 1 spielte man in Rostock gegen Zweitliga-Absteiger Hansa. Durchaus auch Aufstiegsfavorit, muss man sagen. Und das nach Rückstand? Nach Rückstand und massiv Ersatzgeschwächt. Ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wer alles fehlen wird. Einer fehlte nicht und das war Dennis Simon und der zeigte ein herausragendes Spiel, muss man sagen. Also ganz oft 1 gegen 1 Situationen gut gelöst. Auch sonst wirklich, muss ich einfach sagen, das war ein Statement gleich mal von Dennis, oder? Ja, safe. Also überhaupt jetzt für die U21 werden ja die holprige Vorbereitung angesprochen, der mal kaum ein Tor geschossen hat, kaum ein Spiel gewonnen hat. Und dann fährst du halt am ersten Spieltag nach Rostock, was jetzt wirklich kein einfaches Auswärtsspiel ist, weder für die Mannschaft noch für die Fans. Ich glaube, 80 Stuttgarter waren dabei. Props an jeden Einzelnen und jede Einzelne, die dabei war, wirklich richtig großartig. Liegst dann relativ früh hinten durch einen, ich würde sagen, zweifelhaften Elfmeter und holst dir noch einen Punkt und nimmst es damit raus. Also das war ein Charaktertest mit einer Ersatzgeschwächten Truppe, weil viele auch in Japan unterwegs waren und hat mich total gefreut. Also ja, ich glaube, die U21 hat einen guten Aufschlag in der dritten Liga gefeiert. Wir müssen noch abklären, ob wir euch die Szenen zeigen können, die in der dritten Liga produziert werden. Da gibt es noch Nachfragebedarf, so möchte ich es mal sagen. Aber wir können ja so ein paar Sachen mal mit reinnehmen, weil ich habe mir das Spiel angeschaut auf Magenta TV oder auf Magenta Sport besser gesagt. Und da muss ich halt echt sagen, der VfB hat sich da wirklich einfach durchgekämpft. Also die hätten gut und gerne nach 15 Minuten 1 oder 2-0 hinten liegen können. Einmal rettet die Latte, dann ein paar Mal, wir haben es schon gesagt, Dennis Simon. Und du hast es angesprochen, der Elfmeter, vielleicht grenzwertig, aber es war halt so, Jacinio Malanga, vielleicht auch ein bisschen ungeschickt gegen De Boe, hält ihn schon am Trikot. Also man kann den pfeifen, aber ich habe auch ähnliche Situationen oder gleiche Situationen gesehen, die wurden nicht gepfiffen. Das kannst du wahrscheinlich über jeden Elfmeter sagen. Okay, dann ist es nicht 50-50, für mich ist es eher 40-60. Also ich finde, er ist halt kurz am Trikot, hält ihn, aber er zieht den nicht runter. Es gibt Kontakt, man kann den pfeifen, ich finde es schwierig, den zu pfeifen. Auf jeden Fall trifft Rostock und dann machen sie etwas, was aus meiner Sicht dem VfB total in die Karten gespielt hat. Nämlich sie haben aufgehört, hoch zu pressen, sind nur noch auf Konter gesetzt. Und sie haben einfach nicht mehr das gezeigt, was dieser Kader eigentlich hätte zeigen können müssen. Rostock ist für mich dann halt einfach zu schwach gewesen. Und der VfB, er spielte sich dann Chancen, wurde immer besser. Und dann war es Jacinio Malanga, der diesmal auf der anderen Seite richtig gut, richtig guten Aktionen kam. Und dann Nico Neithart, heißt der Kollege, glaube ich, ausstiegen ließ. Das hat er richtig stark gemacht. Den Ball legte dann Benni Buakci perfekt auf. Der bleibt stabil und hämmert das Ding halt zum Ausgleich ins Tor. Also das war einfach bärenstark gemacht, muss man so sagen. Ja, vor allem wie cool Buakci bleibt. Also er kriegt den Ball, ich glaube, er nimmt ihn nochmal an, legt ihn sich nochmal kurz vorbei, ist dann halt komplett frei und schiebt ihn halt irgendwie aus zwei, drei Metern rein. Also ich glaube, Rostock hat unsere Jugend dann schon ein Stück weit unterschätzt und dachte, okay, nach der frühen Führung ist das Ding halt durch. Und dann hat unsere U21 gezeigt, nee, da geht noch was. Und das war wirklich ein Charaktertest und sie haben den eindrucksvoll bestanden. Ja, und es gab auch nochmal Situationen, die der VfB zwei Uhr überstehen musste. Da war aber Dennis Simon zur Stelle. Ich kann ihn nur immer wieder loben. Und ganz zum Schluss, ganz am Ende, hatte der VfB fast noch die Gelegenheit, den Lucky Punch zu setzen. Verpassten sie aber, wäre dann natürlich auch vielleicht das Guten zu viel gewesen. 1 zu 1 geht in Ordnung, kann man mit leben. Weiter geht es jetzt am Sonntag um 16.30 Uhr in Großasbach gegen 1860 München. Für das Spiel gibt es auch noch Tickets. Also schaut mal im Ticketshop des VfB vorbei und unterstützt die Amateure, Sebastian. Genau. Und jetzt in der dritten Liga spielt die U21 vom VfB ja in Großasbach. Und ja, es ist zugegebenermaßen so, man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ schlecht hin. Das ist leider so wirklich nicht ideal. Und auch die Ticketpreise sind nicht ideal, weil ich finde, für die U21 ist das schon ein Pfund. Ich glaube, man zahlt irgendwie 20 bis 30 Euro irgendwie für ein Ticket. Also das ist schon üppig. Aber trotzdem, lasst euch davon nicht abhalten. Und unterstützt Jung und Wild auf ihrem Weg durch die dritte Liga, weil ich glaube, das können richtig cool werden. Und 1860 ist halt wirklich ein namhafter Gegner, weil es nicht 1860-2 ist, sondern es ist halt das 1860 einfach. Also das sind Gegner, die gab es in der vierten Liga nicht. Ja, bei den Ticketpreisen weiß ich gar nicht, ob der VfB Stuttgart da allzu viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, weil es eben in Großasbach stattfindet. Und man müsste natürlich jetzt auch mal schauen, was sind denn so die Durchschnittspreise in der dritten Liga? Haben wir uns noch nicht ausreichend mit beschäftigt? Müssen wir nachholen. Gut. U19. Auch für die ging es am vergangenen Wochenende wieder los. Das Ganze an der neu geschaffenen U19-DFB-Nachwuchsliga. Und der erste Gegner war der erste FC Heidenheim. Und ja, Nico Willicks Team, 4 zu 1. Da kann man nicht meckern. Dabei, Sebastian, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dann ist es gar nicht gut los. Nee, genau. Also wahrscheinlich das Rekordtor der kompletten Saison. Nach 17 Sekunden lag der VfB hinten und das durchaus zu Recht. Langer Schlag von Heidenheim. Und ich weiß gar nicht, wer es dann von der U19 vom VfB war, aber wirklich relativ suboptimal verteidigt. Und dann, ja, 1 zu 0 durch Heidenheim zu Hause. Ja, und das direkt nach dem Anstoß. Der VfB hatte Anstoß, nicht Heidenheim. Und trotzdem kassierte man nach 17 Sekunden direkt das Gegentor. Genau, und es war vermeidbar. Also es war jetzt nicht irgendwie ein brillanter Steckpass oder so, sondern nee. Also es war schon ein klarer Abwehrfehler. Aber anschließend ging es richtig ab. Ja, 25. Minute, Lauri Pena, 2006er Jahrgang. Ich habe mir überlegt, dass wir das jetzt immer mal ein bisschen dazusagen, damit man sich so vorstellen kann, wann die Jungs dann in der U21 oder vielleicht sogar direkt bei den Profis aufschlagen können. Also Pena mit dem Ausgleich, schön über die Flügel durchgespielt, dann eben das Tor gemacht. Und in der zweiten Halbzeit war es dann in der 47. Minute Mirza Katowic, das ist ein 2007er, der die Führung nach Ecke erzielte. Und dann, Sebastian, dann begann die Bujupi-Yippie-Year-Show des VfB Stuttgart. In der 75. Minute. Das war auch ein Tor. Also das muss ich von dir beschreiben lassen. Das war wirklich Slapstick. At is best. Genau, also ich habe mir nochmal Zusammenfassung angeguckt und da wurde gesagt, dass gerade in den U19-Mannschaften die Prämisse quasi auch vom Trainer ist, dass hinten flach rausgespielt wird. Also nicht lange Bälle vom Torwart bis auf den 16er des Gegners gekloppt, sondern halt wirklich immer flach rausgespielt. Und Heidenheim macht das wohl auch so. Aber der Heidenheimer Torwart hat sich dann schon sehr, sehr, sehr viel Zeit gelassen. Spielt dann irgendwann den Pass, aber als er den Pass spielt, ist Bujupi halt schon da, hält den Fuß davor und dann ist das Ding halt drin. Also man kann flach nach vorne spielen, aber man sollte es nicht so machen, wie Heidenheim das in der Situation versucht hat. Ja, in der 69. verwandelte dann Bujupi einen Freistoß einfach mal direkt. Ach, das ist sehr, sehr beeindruckend. Und ihr könnt euch auch hier alle Tore bei uns auf YouTube anschauen. Und auf Spotify muss man an der Stelle sagen, die dürfen wir nämlich zeigen. Das ist das Schöne. Auch die Tore. Ich wiederhole mich da nochmal vom Testspiel des VfB Stuttgart gegen Hiroshima. Übrigens bei AJ Bujupi muss man auch anfügen, das waren seine Treffer Nummer 15 und 16 im Kalenderjahr 2024. Also der geht aktuell richtig steil, ist ein 2006er. Also den dürfen wir dann spätestens für die kommende Saison in der U21 erwarten. Sehr, sehr cool. Für unsere U19 geht es am Freitag zu Hause auf Platz 1 weiter. Um 17.30 Uhr gastiert der SC Freiburg bei uns, die ihr Auftaktspiel übrigens gegen Saarbrücken sogar mit 5 zu 1 gewinnen konnten. Also das ist gleich mal ein richtiges Spitzenduell, wenn du mich fragst. So, Sebastian, jetzt bin ich gespannt. Bist denn du im Olympia-Fieber? Das interessiert mich. Ah, ja, schon. Also ich würde es nicht Olympia-Fieber nennen, aber wenn ich im Homeoffice bin, dann gucke ich natürlich den ganzen Tag Olympia. Und ich finde es halt so spannend, dass man halt Sportarten sieht, mit denen man das ganze Jahr über nichts zu tun hat. Und ich feiere das komplett. Ich habe heute, ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieses Speedklettern angeguckt, wo irgendwelche Männer und Frauen so eine senkrechte Wand hochfliegen. Es ist komplett skurril. Also da sind so viele tolle Leute, die so absolute Höchstleistungen vollbringen, von denen man halt überhaupt nichts mitbekommt, weil sich halt die Medien komplett auf Fußball, Basketball, Handball und drei andere Sportarten fokussieren. Aber es gibt so viele tolle Sportarten, die man dann bei Olympia sieht. Und ich feiere die alle, außer Reitsport. Das finde ich scheiße. Also lass das weg mit Tieren. Also die wurden nicht gefragt und wenn du halt Pferdedressur olympisch wachst, dann bitte auch Hundedressur. So, lass das hinterlegen. Die VfB-Hundedressur-Abteilung ist hiermit gegründet. Also ich muss sagen, bei mir läuft Olympia 24-7 hier auf dem Screen im Hintergrund, wenn ich die Sendung vorbereite etc. Also ich bin da schon sehr interessiert daran und war natürlich komplett im Fieber aufgrund von Leo Neugebauer. Unsere große Goldhoffnung, muss man sagen. Und am Ende wurde es Silber. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, denn es ist eine fantastische Leistung, die Leo Neugebauer da gezeigt hat. Er ist der erste deutsche Zehnkampfer seit 1996 und der erste VfB-Leichtathlet überhaupt, der eine Silbermedaille bei Olympia gewinnt. Also zweimal Bronze hat der VfB im Trophäenschrank in der Mercedes-Straße schon hängen. Weißt du noch, wer die beiden Medaillengewinner waren? Nein, definitiv nicht. Ich wusste es auch nicht, ich habe es nachgelesen. Jürgen Klinsmann gewann Bronze mit Deutschland. 88. Richtig. In Seoul, ja. Richtig, richtig. Hände in Hände. Ich habe den Zoll noch im Ohr. So alt bin ich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du noch älter bist und weißt, wer Helmer Müller ist. Nein. Der gewann 1968 mit der 4x400-Meter-Staffel. So alt bin ich mal ich. Also jetzt wisst ihr es, könnt ihr euch abspeichern. Das sind bislang die einzigen Medaillen, die der VfB Stuttgart bei Olympia ergattern konnte. Aber krass, also das heißt der VfB hat in seiner fast 130-jährigen Vereinsgeschichte zwei Medaillen bei Olympia gewonnen. Und jetzt kommen 2024 zwei dazu. Ja. Mindestens. Ja, danke Porsche. Crazy. Ja. Ja, zum Erfolg. Großartig. So sieht es aus. Ich möchte nochmal ganz kurz über Leo sprechen, weil es war ja schon spannend. Also ich habe mir natürlich alle zehn Wettkämpfe angeschaut. Und natürlich war ich sehr optimistisch, denn Leo lag ja wirklich lange auf Goldkurs. Aber man wusste von vornherein schon, okay, die letzten Disziplinen sind nicht unbedingt seine Top-Disziplinen. Und man konnte auch schon erkennen, dass er in den Disziplinen, die ihm eigentlich liegen, nie seine Top-Leistungen erreichte. Also die wirklichen Bestwerte, die er aufgestellt hat, die konnte er nicht adressieren sozusagen. Und am Ende war halt klar, das wird sehr, sehr knapp mit der Goldmedaille im Sperrwurf der neunten Disziplin. Konnte dann Markus Roth an Neugebauer vorbeiziehen. Ja, und dann war es so, dass er vor dem 1500 Meter Lauf, das ist die zehnte und letzte Disziplin, zwar nur 16 Punkte hinter Roth lag. Aber ja, das ist halt einfach nicht so sein Ding. Und dann musste er aufpassen, dass er nicht noch von Linden Viktor überholt wird und sozusagen Platz zwei auch noch verliert. Das gelang ihm dann auch, also er konnte Platz zwei sichern. Und am Ende, ein bisschen doll spiele ich dann trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es fehlten nur 48 Punkte auf die Goldmedaille. Und er holte insgesamt 8748 Zähler. Und wir haben ja darüber gesprochen, vor zwei Monaten stellte er noch einen neuen deutschen Rekord auf mit 8961 Zählern. Da weißt du natürlich, zu was er eigentlich in der Lage gewesen wäre. Und ich freue mich wahnsinnig für den VfB, für Leo, von mir aus auch für Deutschland, ist mir aber am Ende egal. Aber es ärgert mich letztlich, dass er so knapp, so, so knapp an der Goldmedaille schafft hat. Er war wahnsinnig kurz davor, aber was ich bei ihm so super erfrischend finde, er ist halt so ein unfassbar guter Athlet. Aber er hat nie gesagt, er will Gold gewinnen. Er hat gesagt, er will sein Bestes leisten bei Olympia. Klar, Medaille safe, ja. Und er wirkt ja auch danach nicht enttäuscht, ja. Und das fand ich halt so erfrischend. Und zur Story gehört ja, glaube ich, auch der Kanadier, der ein klarer Medaillenkandidat war, der hat im Stabhochsprung, glaube ich, drei ungültige gehabt, hat null Punkte bekommen, war damit quasi raus aus den Medaillenrängen. Und der Norweger, Markus Roth heißt er, glaube ich, der am Ende gewonnen hat, hat in sieben von zehn Disziplinen, glaube ich, seine persönliche Bestleistung geleistet. Ich denke auch, okay, entweder ist der On-Point wirklich sehr, sehr da, aber man hatte auch schon wieder so ein bisschen Zweifel halt. Aber klar ist auch, hätte Leo Neugebauer das geleistet, was er imstande ist zu leisten, was er schon gezeigt hat, dann wäre er einfach Olympiasieger geworden. Aber ich glaube, er hat sich über die Silbermedaille halt sehr, sehr gefreut. Und also ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass der VfB einen Silbermedaillengewinner bei Olympia hat. Klar, es hätte Gold sein können, müssen, wie auch immer, aber ich bin tatsächlich mehr froh als enttäuscht. Und das ist sein Verdienst, weil er das auch so gut vermittelt hat, finde ich. Ja, dann gleichen wir uns da perfekt aus. Also was ich mir dann gedacht habe war, okay, der VfB ist auch nur Vizemeister geworden. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man Zweiter wird an der Stelle. Aber er war halt so nah dran und ich wünsche ihm natürlich jetzt alles Gute, dass er den Weg weiter fortsetzen kann. Und dann gehe ich auch davon aus, dass er irgendwann mal Olympisches Gold gewinnen kann. So, eine Frage habe ich noch, Sebastian. Ich habe vorhin gesagt, seit 1996 der erste Zehnkämpfer, der für Deutschland eine Silbermedaille holen konnte bei Olympischen Spielen. Weißt du denn, wer 1996 diese Silbermedaille für Deutschland holen konnte? Der Frank Busemann, oder? Natürlich, Sebastian. Sorry, wie gesagt, du redest halt mit einem alten weißen Mann. Ich war dabei, als er Silber gewonnen hat. Und er ist mittlerweile auch Co-Kommentator und ich finde, er ist einer der Besseren auf jeden Fall. Also unseren Leichtathletik-Podcast kann ich damit in Auftrag geben. Ja, verstehe ich schon. Der VfB hat mit dabei eine super Leichtathletik-Abteilung und wir haben ja auch noch Chancen, glaube ich, tatsächlich vielleicht noch eine Medaille zu gewinnen. Also für den VfB werden es gute Olympische Spiele. Ja, das steht jetzt schon fest, denn nicht nur Leo Neugebauer ist Medaillengewinner für den VfB Schückert. Du hast es schon gesagt. Es steht jetzt schon fest, dass er auch Enzumio mindestens Silber nach Stuttgart bringen wird. Denn mit der französischen U23 gelang ihm am Dienstag der Finaleinzug. 3 zu 1 nach Verlängerung setzt sich Frankreich gegen Ägypten durch. Am Freitag dann um 18 Uhr geht es gegen Spanien um olympisches Gold. Man muss aber dazu sagen, Enzo war gestern nicht dabei. Er fährte wegen einer Rotsperre, die er nach dem 1 zu 0 Sieg im Viertelfinale gegen Argentinien sah. Ja, Enzo soll da nach Abpfiff provokant vor der argentinischen Bank gejubelt haben. Und das löste dann beinahe eine Schlägerei aus zwischen den beiden Mannschaften. Vielleicht kann man hier ganz kurz den Hintergrund auch noch erläutern. Nach der Copa America, nach dem Triumph der Argentinier, sollen und haben argentinische Nationalspieler rassistische Gesänge mit abwertenden Texten über französische Spieler und mit afrikanischer Herkunft angestimmt, muss man sagen. Und Lacassette, der ja auch für Frankreich in der olympischen Auswahl steht, sagte nach dem Spiel, wir hatten das im Kopf und das war nochmal eine extra Motivation. Und er hat natürlich auch recht, wenn er sagt, es ist schade, dass so etwas im Jahr 2024 noch gesagt wird. Es ist aber eine große Rivalität zwischen zwei großen Nationen. Und so erklärte sich dann vielleicht auch der überschwängliche Jubel von Enzo Mio vor der gegnerischen Bank. Und das muss man natürlich auch sagen, Sebastian. Also spätestens seit der Relegation in Hamburg wissen wir, dass Enzo Mio einen Hang dazu hat, provokant entweder vor gegnerischen Fans oder eben vor Ersatzbänken zu jubeln. Er ist da nicht wirklich zurückhaltend. Also insofern, ja, man kann das vielleicht dann noch ein Stück weit nachvollziehen, wie es dann zu dieser Eskalation kommen konnte. Für ihn war es natürlich schade und ich hoffe, dass er im Finale ein paar Minuten dann bekommen wird. Ja, hoffe ich auch. Also ich habe heute tatsächlich gesucht, gesucht und gesucht, wie lange die Sperre denn jetzt besteht. So richtig verifizieren konnte ich es ganz ehrlich nicht. Es gab eine Aussage, die ich finden konnte, dass man in der Regel nach einer roten Karte für zwei Spiele gesperrt wird, die Sperre aber auf ein Spiel runtergehandelt werden kann. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nur für ein Spiel gesperrt wurde, denn er hat ja jetzt hier niemanden getreten oder beleidigt oder sonst irgendwas. Er hat sich halt vor die Argentinische Bank gestellt und einmal kurz gejubelt. Und wir haben es gerade eben schon gesagt. Ich meine, da gibt es halt die Rivalität zwischen Frankreich und Argentinien. Wir denken auch an das WM-Finale in Katar. Ja, das Elfmeterschießen, das sitzt natürlich auch noch tief in den Köpfen der Franzosen. Und ja, also ich will das Ganze überhaupt nicht überdramatisieren. Das war aus der Euphorie heraus. Er hat jetzt seine Strafe bekommen, hat das Halbfinale verpasst und ja, jetzt sollte man dann auch nach vorne blicken. Und ich wünsche ihm alles Gute, hoffe, dass er Gold gewinnen kann und natürlich mit dieser Goldmedaille hier in Deutschland beim VfB Stuttgart empfangen werden kann. Was ich jetzt noch mitbekommen habe, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, wie lange Enzo sich nach der Goldmedaille, das sage ich jetzt an der Stelle schon, eine Pause gönnen darf. Und wir wussten es nicht ganz genau, sind von 14 Tagen ausgegangen. Da wurde mir jetzt signalisiert, ganz so lang wird es nicht sein. Also er wird vielleicht sogar schon eine Option für den Kader sein im Supercup gegen Leverkusen. Damit rechnen sollte man aber nicht. Er bekommt ein paar Tage, hieß es zu mir, ein paar Tage frei. Also er wird jetzt nicht nochmal zwei Wochen in den Urlaub fahren, sondern er bekommt ein paar Tage. Das klingt doch schon mal ganz interessant. Und du hast es gesagt, es gibt noch weitere Athleten, die vielleicht auch eine Medaille gewinnen. Zum Beispiel an Juli Knesche, die qualifizierte sich für den Stabhochsprung, für das Finale, so muss man es sagen. Und das findet morgen Abend, also am Donnerstag im Start de France statt. Ebenfalls morgen findet das Weitsprungfinale der Frauen statt. Auch hier mit VfB-Beteiligung Alina Utaru-Kottmann qualifizierte sich mit 6,63 für die Endrunde und hat zumindest noch theoretische Medaillenchancen. Und bei Alina Kenzel wissen wir noch gar nicht, wo die Reise hingeht, denn die steigt erst morgen, also auch am Donnerstag, um 10.25 Uhr in das Olympische Turnier ein. Und zwar im Kugelstoßen. Da geht die Qualifikation dann los. Also wir drücken allen Olympionik-Innen des VfB Stuttgart natürlich alle Daumen und hoffen, dass sie mit ganz viel Edelmetall, sagt man glaube ich, hier nach Stuttgart zurückkehren. Sebastian, das Hauptthema möchte ich fast schon sagen. Habemus Präses heißt es an der Stelle. Ja, der Weißer auch ist aufgestiegen aus der Mercedes-Straße. Die Geschäftsfähigkeit des Präsidiums ist wiederhergestellt. Und das nicht durch den von Jörg Althoff und Carlos Urbiner berufenen Erwin Staud, muss man an der Stelle sagen. Wo man ja tatsächlich noch Artikel veröffentlicht hat, in denen es so stand. Also das fände ich wirklich spektakulär und man auch keinen Artikel veröffentlichen konnte, dass Dietmar Allgeier präsent ist, ohne den Namen Staud zu erwähnen. Also wirklich spektakulär. Das ist eine Frechheit, ein Schlag ins Gesicht von Jörg Althoff und Carlos Urbiner. Ich gehe davon aus, dass der VfB Stuttgart da zeitnah eine Stellungnahme rausbringt. Auf jeden Fall. Und sich entschuldigt bei beiden. Ja, es ist, es ist der frühere Bürgermeister von Korn-Westheim, CDU-Landrat des Kreises Ludwigsburg, Dietmar Allgeier geworden. Du hast es schon gesagt, Sebastian. Ich schicke schon vorweg, ich halte mich hier mal mit Prognosen zurück. Aber auf den ersten Blick scheint das eine gute Wahl zu sein. Erstens, niemand aus dem Vereinsbeirat, Rainer Wenninger und Magnus Schlecht wurden ja auch mal genannt als mögliche Interimskandidaten. Es ist auch nicht Erwin Staud, gegen den ich eigentlich wirklich nichts gehabt hätte. Aber diese Kampagnen von Urbiner und Althoff, die sorgten halt bei mir für ein ganz ungutes Gefühl. Dazu kam natürlich auch die Skepsis einiger Mitglieder, dass zwischen Staud und Werle eine gewisse Vertrautheit vorherrscht. Also da kann ich schon verstehen, dass man davon Abstand nimmt. Und ich finde es auch clever, dass der Vereinsbeirat diese Diskussionen jetzt nicht aufnimmt und jemanden beruft, über den man dann erstmal wieder streiten muss, sondern dass man jemanden nimmt, auch ohne Ambition. Das muss man an der Stelle auch sagen. Der neue Präsident, der Herr Allgeier, sagte nämlich, es kann zwar passieren, dass ich Gefallen an diesem Posten finde, aber es ist in Stein gemeißelt, dass ich nur interimsweise zur Verfügung stehe. Das ist fast schon ein Kalenderspruch, gefällt mir schon richtig gut. Ich muss da sagen, Stand jetzt, aber egal, aber ich sehe es genau wie du. Also egal, welche Personalie man gut findet, wenn auf einmal die Springerpresse anfängt, eine Kampagne für diesen Namen zu fahren, dann ist es der falsche Name. Obacht. Obacht, genau. Also das kann nicht sein. Und ich fand es schön, dass es auf einmal ein Name wurde für das Präsidentenamt interimsweise, den man vorher noch überhaupt gar nicht gehört hat. Und das spricht tatsächlich für einen Vereinsbeirat und seine Verschwiegenheit. Ich wollte dich gerade fragen, kanntest du Dietmar Allgeier? Ich kenne den Namen Allgeier nur über die Allgeier Werke, wo, glaube ich, Dieter Hund irgendwie mal verwandelt war. Aber ich will jetzt nichts unterstellen und so weiter. Also aber irgendwie, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, wer Dietmar Allgeier ist. Gar keine, also null. Dann sage ich es dir. Er ist 58 Jahre alt. Er saß unter anderem im Mitgliederausschuss und in der Satzungskommission des VfB. Er ist Verwaltungsrat bei der Kreissparkasse Ludwigsburg und er wurde 2023 in den Vereinsbeirat bei den MAP-Riesen gewählt. Die spielen Basketball, das weiß ich. Sehr gut, sehr gut. Bürgermeister von Korn-Westheim, haben wir schon mal gesagt, also ehemaliger, soweit ich das weiß. CDU-Landrat des Kreises Ludwigsburg, auch das haben wir schon erwähnt. Und wir halten also fest, er kennt sich mit Gremienarbeit aus. Er weiß, wie man mit DAX-Vorständen umgehen muss. Also als Bürgermeister von Korn-Westheim gehe ich davon aus, dass er den einen oder anderen schon getroffen hat. Finanzen und Verwaltung kann er. Er war 2020 erst kurze Zeit in seinem Amt, als dann die Corona-Pandemie über die ganze Welt hereinbrach, muss man ja sagen. Und kürzlich musste er ja auch die Einsätze gegen die heftigen Überflutungen im Landkreis Ludwigsburg managen. Er kann repräsentieren, soweit ich das beurteilen kann. Also es ist fast schon schade, dass er nur für ein paar Monate aushelfen will, muss ich an der Stelle sagen. Ich wollte gerade sagen, er kann Gremienarbeit und er kann vor allen Dingen Krisenmanagement. Also er ist ja prädestiniert eigentlich für den Amt beim VfB. Ja und jetzt will er dem VfB helfen, sich einbringen und Entscheidungen treffen und natürlich das Ganze zusammen mit dem neu gewählten Präsidiumsmitglied Andreas Krupp. Ja und die beiden müssen ja auch immer jetzt die nächste MV oder AOMV irgendwie auf Gleis bringen. So sieht es aus. Das ist eigentlich das erste To-Do. Wann soll diese Mitgliederversammlung stattfinden? Diese Entscheidung trifft das Präsidium, nicht der Vereinsbeirat. Also die zwei. Richtig, ja und diese Entscheidung soll wohl noch im August, wenn nicht sogar in den nächsten Tagen kommen. Und was ich so rausgehört habe, ist, dass Allgäuer eher eine Lösung noch vor Weihnachten präferiert. Das wird heißen, außerordentliche Mitgliederversammlung? Richtig, richtig, damit auch leben könnte, wenn die erst im Januar, Februar oder März stattfindet. Also dann die ordentliche Mitgliederversammlung. Aber da sollte man dazu sagen, also da gibt es ja, du hast es letzte Woche, glaube ich, mal angedeutet, jetzt vielleicht die juristischen Glaubereien. Was bedeutet denn unvorzüglich und so weiter und so fort. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein Argument wie, naja, da kostet die Mitgliederversammlung noch mal eine halbe Million, nicht ziehen dürfte. Also der VfB hat, der EV, hat ja zweimal hintereinander Gewinne erwirtschaftet als EV. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, das ist mir scheißegal, ob ihr jetzt hier Geld auf der hohen Kante braucht habt, wie auch immer. Aber also rein rechtlich könnte ich mir vorstellen, dass der VfB da in Zugzwang gerät und wirklich dann im Dezember eine Mitgliederversammlung einberufen muss. Und das würde natürlich bedeuten, dass der Wahlausschuss dann direkt mal Stress hat. Ja, und die Kosten, wir haben es gerade eben angesprochen, die kämen dann auch auf den EV zu. Aber ich befürchte fast schon, dass es dann wirklich in so einem Hauruck-Verfahren abläuft. Die andere Option wäre, wie gesagt, Frühjahr 2025, eine ordentliche Mitgliederversammlung. Genau, aber es bleibt spannend, weil wir haben, ich glaube, letzte Woche haben wir angesprochen, der EV hat, ich glaube, 700.000 Euro plus verzeichnet. Und sollte man eine außerordentliche MV abhalten müssen, roundabout 500.000 Euro, dann ist dieses Plus halt einfach mehr oder weniger weg einfach. Ich kann schon verstehen, dass da manche Leute sagen, wollen wir halt nicht. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ist mir egal, wir machen das jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wann es dann die nächste MV oder AOMV dann geben wird beim VfB. Also das Geld ist für mich persönlich erstmal nur ein sekundäres Thema. Viel wichtiger ist für mich tatsächlich, dass der Wahlausschuss so wirklich nur wenig Zeit hätte, um sich auf eine Kandidatenauswahl vorzubereiten. Also klar, das sind jetzt keine Vereinsbeiräte und ein ganzes Präsidium, sondern das wäre dann erstmal nur der Präsident und eben der Nachfolger von Rainer Adrian. Davon gehe ich jedenfalls aus, dass man dann beides macht. Und für die große Wahl sozusagen, 2025, hätten sie dann natürlich nochmal Zeit, vielleicht auch schon zu analysieren, was für die außerordentliche Mitgliederversammlung nicht so gut gelaufen ist bei der Auswahl der Kandidaten. Ja, also vielleicht ist es auch eine Chance. Keine Ahnung. Absolut, ja. Also feststeht, sobald dieses Thema mit der Mitgliederversammlung geklärt wurde, möchte sich das Präsidium darum kümmern, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und sollte ihm das gelingen, dem Präsidium, wäre die Amtszeit ein grandioser Erfolg. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen, weil sie haben da einiges wegzuräumen. Und vielleicht auch nochmal was kurz zum Auswahlprozess des Vereinsbeirats innerhalb des Gremiums. Wurde natürlich kontrovers diskutiert. Ist ganz normal, ob die Gremien jetzt so tief sind, wie von manchen Medienvertretern behauptet. Zweite ich jetzt einfach mal an. Also, dass es kontroverse Diskussionen gibt, sollte normal sein im Gremium. Das heißt aber nicht, dass man mit Missgabeln aufeinander losgeht. Und das ist nach meinem Kenntnisstand auch nicht der Fall gewesen. Klar ist, Allgäuer war eine Mehrheits- und keine einstimmig getroffene Entscheidung. Allerdings reden wir hier von einer deutlichen Mehrheit. Und vielleicht auch nochmal kurz zu Staudt. Rainer Wenninger telefonierte wohl mit dem Ehrenpräsidenten. Und Herr Staudt sagte ihm dann, dass er zur Verfügung stünde, wenn der Vereinsbeirat niemanden findet. Und diese Notsituation ist eben nicht eingetreten. Also, deshalb verstehe ich auch die Empörung von Ubina überhaupt nicht. Also, wenn er nur etwas, etwas mehr Feingefühl für die VfB-Mitglieder hätte, dann wüsste er, dass es, wie vorhin ja schon gesagt, durchaus Vorbehalte gegen Staudt und auch Vereinsbeiratsmitglieder gab. Also, für mich macht es viel mehr Sinn, sich dann für Dietmar Allgäuer zu entscheiden und eben nicht die nächste Belastungsprobe zu starten für den VfB-Mitglied. Absolut. Also, damit hat er sich aus meiner Sicht komplett, komplett ins Ausgeschossen, Carlos Ubina. Aber gut, das wussten wir vorher schon. Zum Abschluss, Sebastian, hören wir uns mal die ersten Worte unseres neuen Präsidenten an. Die wunderbare Anna Claire vom SWR hat Dietmar Allgäuer gefragt, wie seine Reaktion ausfiel, als der Vereinsbeirat sich plötzlich bei ihm gemeldet hat und gefragt hat, ob er sich vorstellen könnte, Präsident des VfB Stuttgart zu werden. Sprachlos, tatsächlich. Ich bin ja im VfB Stuttgart wirklich seit Jahren verbunden und war auch schon an der einen oder anderen Stelle ehrenamtlich engagiert. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Anruf bei mir ankommt vom Vorsitzenden des Vereinsbeirats und tatsächlich, ich war schon einen Moment sprachlos und musste mich dann auch wieder sammeln. Aber es ist natürlich auch, sagen wir mal, nicht nur eine Ehre, sondern vor allem auch natürlich eine hohe Verantwortung, große Verantwortung, der ich mich interimsweise jetzt für eine gewisse Zeit auch mit Demut, aber vor allem mit vollem Engagement stelle. Jetzt kommt der VfB aus unruhigen Zeiten eigentlich. Ist das dann eigentlich ein angenehmer Job? Denkt man dann, möchte ich das wirklich machen? Naja, man muss es vielleicht so beantworten, ich denke, wir schauen nach vorne und VfB Stuttgart, Vereine, Unternehmen, auch Kommunalpolitik, es gibt immer Auf und Abs und ich denke, im Moment sind wir einfach in einer Situation, wo durch die Entscheidung in der Mitgliederversammlung jetzt eine klare Aufgabenstellung da ist, nämlich die Vorbereitung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, um einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin wählen zu können. Ich denke, das ist das Wichtige. Das Wichtige ist auch, wenn man eben aus etwas unruhigeren Zeiten herauskommt, dass man auch versucht, Kontinuität und Stabilität wiederherzustellen, dass es auch eine gute Kommunikation gibt, nach innen in den Verein, aber natürlich auch nach außen zu den Fans, zu den Mitgliedern, zu den Fanausschüssen und dass man aber vor allen Dingen auch den Verein weiter geschäftsfähig hält, denn durch die Entscheidung der Mitgliederversammlung war ja der VfB Stuttgart 1893 e.V. zunächst mal nicht mehr handlungsfähig. Wir haben jetzt wieder mit Andreas Krupp und mir ein Präsidium und jetzt schauen wir nach vorne und ich freue mich auf die Aufgabe. Ihre Hauptaufgabe wird sein, oder eine der hauptgroßen Aufgaben, die Mitgliederversammlung vorzubereiten, aber eben auch etwas Ruhe reinzubringen. Wie haben Sie das vor? Wir haben gehört, Sie sind ein ruhiger, sachlicher Typ. Würden Sie das auch so bestätigen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich ein ruhiger, sachlicher Typ bin. Ich versuche auch ehrlich zu kommunizieren und offen und vor allem nicht übereinander, sondern miteinander mit den Betroffenen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und für mich gilt es jetzt, ich bin ja heute der erste Tag hier, für mich gilt es vor allem zunächst mal auch noch, ich kenne viele Leute, aber ich kenne nicht alle, also sozusagen auch die Verwaltung der VfB kennenzulernen, die Gremien und vor allen Dingen eben auch die Abteilungen. Also es ist jetzt Schritt für Schritt nochmal, ich bin Interimspräsident. Insofern glaube ich, ist es jetzt einfach so, dass ich versuchen möchte, gemeinsam mit Andreas Krupp, das ist mir einfach sehr wichtig, dass ich ihn da auch gleich immer mit einbeziehe, gemeinsam mit Andreas Krupp in eine gute Kommunikation, in eine ehrliche Kommunikation zu gehen und vor allem aber auch das Vertrauen für diese Zeit zu bekommen. Sie betonen des Interims immer sehr, daran ist nichts zum Rütteln. Naja, ich bin hauptberuflich Landrat des Landkreises Ludwigsburg und insofern beruflich gut ausgelastet. Und tatsächlich ist es so, das habe ich auch im Vereinsbeirat von Anfang an erklärt, ich stehe jetzt für eine Interimszeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung gerne zur Verfügung, auch mit 150 Prozent, aber nicht darüber hinaus, weil es sich einfach mit meinem Beruf nicht vereinbaren lässt. Ich denke, der VfB Stuttgart braucht langfristig einen Präsidenten oder eine Präsidentin, wo dann auch wirklich vollumfänglich die Zeit vorhanden ist, um sich all dem zu widmen, was ja auch notwendig ist. Letzte bisschen pathetische Frage, Sie sind schon lange beim VfB, was bedeutet Ihnen denn dieser Verein? Vielleicht im knappen Satz. Naja, gut, ich beantworte es mal so, wenn Sie in mein Dienstzimmer kommen würden, schon seit Jahren, dann würden Sie in meinem Dienstzimmer ein Trikot vom VfB Stuttgart, mit meinem Namen allerdings, ein Trikot vom VfB Stuttgart vorfinden, wunderschön gerahmt. Also das zeigt einfach, der VfB Stuttgart ist mein Herzensverein und ich bin emotional sehr eng auch mit ihm verbunden. Das eint uns, Herr Allgeier, und wir hoffen, dass wir Sie bald mal bei uns begrüßen dürfen, hier in unserem Studio, in dem Fall in Beutelsbach und in Diggerloch. Darf man das überhaupt sagen? Natürlich nicht in Diggerloch, in Stuttgart irgendwo. Diese Woche stehen übrigens beim Herrn Allgeier schon erste wichtige Termine an, zum Beispiel das Treffen im Fanausschuss, Sebastian. Oha! Ja, also finde ich gut, dass das eine seiner ersten Termine ist. Also da spricht er dann mit den richtigen Leuten, die, glaube ich, auch wissen, was uns bewegt. Aber ich glaube, das weiß er auch. Also bis er dann mal irgendwann bei uns ist, würde ich sagen, wünschen wir ihm viel Erfolg und gutes Gelingen. Das gilt natürlich auch nochmal für Andreas Grupp an der Stelle. Auf jeden Fall, ja. Und dann, Sebastian, sind wir eigentlich schon durch und wir können noch sagen, wenn ihr am Samstag noch nichts vorhabt, dann kommt zum Saison-Opening des VfB Stuttgart. Tickets gibt es für das Freundschaftsspiel im VfB Online-Shop und die Preise sind für mich völlig in Ordnung. Ich glaube, sogar günstiger als in Groß-Aspach. Also wenn ihr irgendwo hingehen wollt, dann geht da hin. Die U21 ist dabei. Die Profimannschaft wird natürlich vorgestellt, draußen auf einer Bühne. Die Frauenmannschaft, über die wir heute gar nicht gesprochen haben, die ja im Trainingslager vorweilen und auch im Testspiel gegen Neuenstein. Ich glaube, 2-1 gewonnen haben, Sebastian. Haben gewonnen, ja. Ja, haben sie sehr gut gemacht. Gegen den Erzfeind, ja. Es gibt den Legenden-Talk mit den deutschen Meistern von 1984. Es gibt Beat the Pro mit den E-Sportlern des VfB Stuttgart. Es gibt einen Sport-Talk mit Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und Sebastian Hoeneß. Ein Interview mit NLZ-Direktor Stefan Hildebrandt. Es gibt DJs und Freestyle-Künstler. Was es nicht gibt, ist STR, aber dafür gibt es noch exklusiven Merch. Ja, du bist ja auch gar nicht da. Also ich werde da sein. Ich wäre da gewesen. Und es gibt auch den legendären Schnäppchenmarkt, glaube ich. Also es gibt tatsächlich Merchandising-Angebote beim VfB-Opening. T-Shirts ab 5 Euro und Trikots und Hoodies ab 20 Euro. Also ich werde mich da eindecken auf jeden Fall. Nee, aber es klingt ganz gut und ich finde es wirklich schön, dass es nicht nur die Profis sind, sondern auch die U21 und die Frauen. Und ich glaube, schon ab 10.30 Uhr geht es los in der Mercedes-Straße mit einem bunten Programm. Und ich werde frühzeitig da sein und mir dann angucken, wie der VfB Atletico Bilbao komplett zerstören wird. Ich bin gespannt, was du berichtest. Für alle, die nicht dabei sein können, gibt es immer noch einen Plan B. Das Spiel wird ab 15.30 Uhr live auf The Zone übertragen. Und dann, Sebastian, sagen wir noch herzlichen Glückwunsch. Lieber Alexander Werle, denn der hat am Wochenende geheiratet. An der Stelle wollen wir das hinterlegen. Viel Glück euch beiden, freuen wir uns sehr. Und das Letzte, was ich für heute noch habe, sozusagen als Rausschmeißer. Am Freitag bzw. am Samstag könnte es etwas geben von STR. Ein kleines neues Format, das wir starten werden. Keine Sorge, es wird kurz. Und ich weiß, alle lachen an dieser Stelle. Es wird wirklich kurz. Es wird wirklich kurz. Wir informieren euch rechtzeitig über unsere sozialen Netzwerke. So, Sebastian, das war es für heute. Wir gehen jetzt nach Hause. Oder sind es eigentlich schon? Wir sind zu Hause. Du gehst morgen in Urlaub. Ich wünsche dir eine schöne, entspannte Zeit. Ich bin am Samstag dann beim VfB gegen Bilbao. Und wir treffen uns dann nächste Woche wieder. Ich glaube, in der Mercedes-Straße mit Gast, wenn alles klappt. Urlaub ist gut. Es ist eher Workation. Also, ich arbeite aus dem Urlaubsort meiner Partnerin. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Bye. 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 Bye.